Kapitel 1 Fortoulon von Robert Sucouf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Robert Sucouf von Karl May Kapitel 1 Fortoulon Es war am Maternus-Tage des Jahres 1793. Wochenlang hatte man auf die gesegneten Fluren der Provence das Bibelwort anwenden können »Der Himmel über dir soll sein wie brennendes Erz und die Erde unter dir wie glühendes Eisen.« Heute früh aber hatte sich der Horizont mit dichten, kumulierenden Wolken umlagert, deren Säume sekundenlang von zuckenden Blitzen illuminiert wurden, während die krachenden Schläge des Donners die Felsen der Küste erschütterten und an den Gischt umspritzten Wogenkämmen ihre Echos zu vertausendfachen schienen. Der prasselnde Regen goss in solcher Dichtigkeit herab, dass ihm keine Kleidung länger als eine Minute zu widerstehen vermochte und wohl jedes lebende Wesen sich schon längst unter ein schützendes Obdach zurückgezogen hatte. Ein einziger nur befand sich im freien Felde. Er schritt die Straße dahin, welche durch Wein- und Olivenpflanzungen nach dem Städtchen Boussey führt. Sein Gewand war leicht und sommerlich gearbeitet. Vom Regen vollständig durchdrungen, legte es sich eng wie eine Haut an seine schlanke, kräftige Gestalt, aber das schien ihn nicht im Mindesten zu genieren. Sein jugendliches Gesicht lächelte vergnügt in den Gewitterguss hinein und seine elastischen Schritte waren ganz diejenigen eines Spaziergängers, welcher nicht die geringste Veranlassung, sich zu beeilen, hat. Da tauchte vor ihm an der Seite der Straße ein kleines Häuschen auf. Zu beiden Seiten der Türe desselben waren je zwei ineinander gesteckte Dreiecke angebracht und darüber stand, in halbverwaschenen Lettern zu lesen, »Cabaret du Roussillon«. Er blieb trotz des strömenden Regens ganz gemütlich vor dem Häuschen stehen, schob die Mütze in das Genick, stemmte die Fäuste in die Hüften und betrachtete die Inschrift genau. »Cabaret du Roussillon«. »Ob dieser Roussillon wohl echt sein wird? Das Haus sieht nicht danach aus. Nasser werde ich nicht, wenn ich weitergehe, und ich weiß dann ganz genau, dass ich es mit reinem Gotteswasser zu tun habe. Wasser ist die herrlichste Gabe des Himmels, aber im Weine soll man es nicht finden. Ich werde also weitersegeln und erst in Bossé vor Anker gehen.« Schon wandte er sich, um seinen Weg fortzusetzen, als die Tür sich öffnete und eine Person erschien, in welcher man sofort den Wirt erkennen mußte. »Eh, mon cher, wohin wollen Sie?« erklang eine schrille, fette Weinstimme unter der blauen Nase hervor. »Ist es vielleicht geradezu Ihre Absicht, in diesem Wolkenbruche ertrinken zu wollen?« »Das weniger«, antwortete der Wandersmann. »Vor diesem Wetter fürchte ich mich nicht, wohl aber vor einem Wolkenbruche aus Ihren Fässern.« »Dann kommen Sie getrost herein, denn wir haben ganz denselben Geschmack, und ich bin nicht der Mann, welcher einen guten Bürger mit einem schlechten Wein vergiftet.« »So will ich eurem Worte glauben und auf fünf Minuten beidrehen.« »Holla, ein neuer Mann an Bord!« »Diese letzten Worte sprach er, bereits in die Stube tretend, wo er sich das Wasser möglichst aus den Kleidern schüttelte, ungefähr wie es ein nasser Pudel macht, und dann auf dem Stuhle Platz nahm, den ihm der Wirt herbeigezogen hatte. In dem kleinen Raume sah es außerordentlich kriegerisch aus. Er war ganz von Soldaten des Konvents erfüllt, und außer dem zuletzt eingetretenen und dem Wirte gehörte nur ein einziger Gast dem Zivile an. Dies war ein Missionspriester vom Orden des Heiligen Geistes, welcher im Jahre 1703 von Abbé Desplats, Vissant-Le Barbier und J.H. Garnier in Paris gestiftet wurde. Dieser Priester saß still in seiner Ecke und schien sich mehr mit seinen Gedanken als mit seiner Umgebung zu beschäftigen. Er musste ein ungewöhnlicher und mit einem ganz besonderen Mute begabter Mann sein, sonst hätte er sich nicht unter diese wilde Soldateska gewagt. Es waren damals in Frankreich bereits alle geistlichen Orden aufgehoben, und man hatte von sämtlichen Geistlichen die Ablegung des Bürgereides verlangt. Wer diesen Eid verweigerte, wurde als Rebell behandelt. Es war eine Zeit der wildesten Anarchie. Wenige Tage nach dem Beginn unserer Erzählung, nämlich am 6. Oktober 1793, schaffte man die bisherige Zeitrechnung ab. Am 10. November führte die Pariser Commune den Dienst der Vernunft ein, am 7. Mai 1794 verfügte der Nationalkonvent, dass es keinen Gott mehr gebe, und am 24. desselben Monats befahl dieser Konvent, dass kein Bürger mehr an die Unsterblichkeit der Seele glauben dürfe. Unter diesen Umständen war es gewiss ein Beweis außerordentlichen Mutes, sich im Ordenskleide unter die halb betrunkenen Krieger der Revolution zu wagen, eine Kühnheit, welche sehr leicht verhängnisvoll werden konnte. Ein wertiger Sergent-Major war der erste, welcher den eingetretenen Fremden anredete. »Holla, Bürger! Woher des Weges?« »Ein wenig von der Thurans herunter.« »Und wohin, hä?« »Nach Bossé hinein.« »Was willst du dort?« »Einen Freund besuchen. Hast du vielleicht etwas dagegen?« »Hm, vielleicht. Vielleicht auch nicht.« »Ah!« Er stieß diesen Laut nur leise und langsam aus. Aber es wäre wohl nicht möglich gewesen, einer ironischen Stimmung sprechender Luft zu machen. Er legte die Beine übereinander, schlug die Arme über die Brust zusammen und blickte den Sergent-Major mit ein paar Augen an, in denen alles, nur keine Bewunderung zu lesen war. Dieser junge Mann konnte höchstens zwei oder dreiundzwanzig Jahre zählen, aber diese hohe Stirn, diese breiten Schläfen, die dichten Brauen, der mächtige Blick, die scharfe Adlernase, der energisch gezeichnete Mund, der sehnige, von der Sonne gebräunte und vom Hemdkragen bloßgelassene Hals, die breiten Schultern, der geschmeidige Gliederbau, das alles machte den Eindruck des Gereiften, des Achtunggebietenden, des Ungewöhnlichen. »Was wunderst du dich da, Bürger?« frug der Unteroffizier. »Glaubst du, dass zum Hauptquartiere in Beaussee ein jeder Zutritt habe, dem es beliebt?« »Das glaube ich nun freilich nicht, aber glaubst du vielleicht, Bürger Sergent-Major, dass du es bist, den man um diese Erlaubnis zu fragen hat?« »Schweig! Ein jeder Soldat hat die Pflicht, die Sicherheit des Heeres zu bewachen. Wie ist dein Name, Bürger?« »Surcouf«, antwortete der Gefragte mit einem etwas maliziösen Zug um seinen Mundwinkel. »Der Vorname?« »Robert! Robert Surcouf!« »Was bist du?« »Seemann!« »Ah! Drum tappst du in aller Seelenruhe wie eine Ente da draußen im Wasser herum. Wer ist dein Freund, den du da besuchen willst?« »Der Bürger-Grenadier Andosch Junot« »Andosch Junot, der Advokat gewesen ist?« »Ja, derselbe.« »Das ist ein guter Kamerad. Woher kennst du ihn?« »Wir sahen uns zu Bussu-Legrand, wo er geboren wurde.« »Das stimmt.« »Du bist legitimiert, Bürger Surcouf.« »Junot steht bei meiner Kompanie. Ich werde dich zu ihm bringen.« »Vorher aber magst du mit uns trinken.« »Was habt ihr für Sorten?« »Nur eine, Roussillon.« »Aber er ist stark und lieblich zugleich. Probiere ihn.« Der Wirt brachte ein großes Humpenglas des berühmten Getränkes und alle Hände streckten sich aus, es auf Rechnung des Fremden anzutrinken. Dieser ließ sich dies lachend gefallen. Er gab zu, dass man das Glas immer wieder von neuem füllen ließ und wieder austrank. Und als der Wirt wegen der Bezahlung ein bedenkliches Gesicht zu machen begann, zog er eine Handvoll Assignaten aus der ledernen Brieftasche und warf davon mehr als nötig auf den Tisch. Bei diesem Anblick erhob sich großer Jubel. Der Wirt musste von neuem füllen und nun wurde auch der geistliche Herr bedacht, dem man bisher noch keinen Schluck gegönnt hatte. Der Sergent-Major trat zu ihm, hielt ihm den Humpen entgegen und forderte ihn auf, »Steh auf, Bürger-Konfrère! Nimm das Glas und trinke auf das Wohl des Konvents, der den Papst zum Lande hinausgeworfen hat.« Der Priester erhob sich wirklich und ergriff das Glas. Aber anstatt den geforderten Toast zu bringen, sprach er mit sanfter, jedoch fester Stimme, »Gott hat uns diese Gabe nicht zur Lästerung gegeben. Im Weine ist Wahrheit, und ich will nicht eine Lüge sagen. Ich trinke auf das Wohl des Heiligen Vaters in Rom, den die Herrscharen des Himmels beschützen werden.« Er wollte das Glas zum Munde führen, aber ein Faustschlag des Sergent-Major schmetterte es ihm aus der Hand, sodass es am Boden in Stücke zerschellte. »Was fällt dir ein, Bürger-Konfrère?« rief der Unteroffizier. »Weißt du nicht, dass in unserem schönen Frankreich der alte Saint-Père abgesetzt worden ist? Wie lange wird es dauern? So wirft man euch selbst hinaus mit allem, was ihr uns weisgemacht habt. Ich befehle dir, deinen Toast zu widerrufen.« Da drängte sich ein anderer, ein Tambour-Major, hinzu. »Alt La, Alter! Warum zerschlägst du ihm das Glas? Bürgerwirt, gib ein neues, volles her. Dieser da gehört ganz sicherlich zu denen, welche sich weigern, den Bürgerei zu leisten. Wir werden ihn auf die Probe stellen, und wehe ihm, wenn er sie nicht besteht. Der Wirt brachte das Verlangte. Der Tambour-Major drückte dem Priester das gefüllte Glas in die Hand und befahl ihm, »Jetzt trinke mir zu, Bürger, und rufe laut, es lebe die Republik, nieder mit dem Papste.« Der Bedrängte zeigte nicht die mindeste Angst. Sein Angesicht war bleich, aber seine Augen blitzten, als er das Glas erhebend rief, »Es lebe der Heilige Vater, nieder mit den Feinden Frankreichs und den Seinen.« Da erhob sich unter der rohen Horde ein wüstes Geschrei. Zwanzig Hände streckten sich aus, den mutigen Bekenner seines Glaubens zu ergreifen, um ihn zu misshandeln, aber man kam nicht dazu. Der Fremde hatte sich plötzlich herbeigedrängt. Niemand konnte sagen, wie es kam, aber er stand plötzlich vor dem Priester, den er mit seinem Leibe deckte, und rief mit lächelnder Miene, »Bürger, wollt ihr mir einen Gefallen tun?« »Welchen?« »Seid so gut und ringt mir erst das Wasser aus der Jacke, ehe ihr euch an diesem Gottesmann vergreift.« Sie begriffen wirklich seine Absicht nicht sogleich. Sie wurden irre an dem Lachen seines Auges und an der Freundlichkeit seines Tones, aber in diesem Auge und in diesem Tone lag etwas, das sie Stutzen machte. »Deine Jacke?« frug der St. Jean-Major. »Was haben wir mit dieser zu tun? Gehe auf die Seite, Bürger Surkuf. Wir wollen diesem Heuchler eine Litanei einpauken, die er nicht vergessen soll.« »So erlaubt wenigstens, dass ich erst einen Schluck mit ihm trinke.« Er nahm dem Priester das Glas aus der Hand und fragte ihn, »Wie ist dein Name, frommer Vater?« »Ich werde Bruder Martin genannt,« antwortete der Gefragte. »Eh bien, Bruder Martin, so erlaube, dass ich mit dir trinke auf dein Wohl, auf das Wohl aller mutigen Männer, welche sich nicht fürchten, die Wahrheit zu bekennen, auf das Wohl meiner schönen Bretagne, wo ich geboren bin, auf das Wohl meines Vaterlandes, auf den Sieg unseres Glaubens und auf das Wohl aller ehrwürdigen Diener der heiligen Kirche, welche Gott der Herr beschützen möge.« Er setzte das Glas an die Lippen und trank es bis zur Nagelprobe aus. Einige Sekunden lang herrschte tiefe Stille in der Stube, die Stille der Überraschung. Dann aber brach der Sturm los. Alle Stimmen schrieen und alle Fäuste ballten sich. Man drängte sich zornig heran, aber der lange Tambourmajor breitete die Arme aus und hielt die anderen zurück. »Halt, Bürgerkameraden!« rief er. »Der Soldat muss bei jedem Angriffe nach bestimmten Regeln verfahren. Dieser Mensch, der sich Bürger Surkouf nennen lässt, scheint mir kein Seemann, sondern ein verkappter Emissär des Papstes zu sein. Wir wollen ihn einmal auf die Bank legen und mit dem Stock befragen. »Bürger Sergent-Major, fass an!« Die beiden starken Menschen streckten die Hände aus, um Surkouf zu erfassen, flogen aber so schnell der eine in diese und der andere in jene Ecke, dass niemand eigentlich begreifen konnte, wie es geschehen war. Ein Schrei der Wut erscholl ringsum und nun ließ sich keiner mehr halten, sich auf die beiden Angegriffenen zu werfen. Da aber ertönte ein lautes Krachen. Surkouf hatte ein Bein vom Tisch gebrochen und schlug damit einen so regelrechten Achter, dass sofort zwei, am Kopf scharf getroffen, zu Boden stürzten, die anderen aber sich schleunigst zurückzogen. »Glaubt ihr nun, dass ich Seemann bin?« lachte er. »Ein Schiffer weiß, so ein Petit-Lévier schon zu gebrauchen. Ist das der Dank, dass ihr meinen Wein getrunken habt, ihr Memmen, die ihr euch an zwei Männer wagt, weil ihr über dreißig zählt? Kommt her und legt den Robert Surkouf auf die Bank, wenn ihr könnt.« »Drauf auf sie!« brüllte der Sergent-Major. Surkouf ließ das Tischbein wieder wirbeln, aber die Hinteren drängten die Vorderen, und es hätte gewiß ein Unglück gegeben, wenn nicht eben jetzt eine helle, scharfe, gebieterische Stimme von der Türe her gerufen hätte. »C'est c'est, à l'instant! Was geht hier vor?« Draußen vor den Fenstern sah man einen kleinen Reitertrupp halten, und unter der Tür stand derjenige, welcher gesprochen hatte. Er war von kleiner, schmächtiger Gestalt. Sein hageres, scharf geschnittenes Gesicht zeigte eine bronzene Färbung, die breite Stirn bedeckte ein Dressenhut, und die Gestalt war in einen weiten Regenrock gehüllt. Beim Anblick dieses Mannes zogen sich die Angreifer erschrocken zurück, indem sie mit der tiefsten Ehrerbietung salutierten. Er mochte 24 Jahre zählen. Sein bartloses Gesicht blieb vollständig regungslos, aber sein mächtiges Auge blitzte im Kreise umher und blieb dann auf demjenigen haften, welcher unter den Anwesenden die höchste Charge bekleidete. »Bürger Tambourmajor, berichte!« Der Genannte, dem bereits der Angstschweiß auf die Stirne zu treten begann, erzählte in kurzer, soldatischer Weise, »Hier ist ein Pfaffe, mon Kolonel, und ein päpstlicher Emissär, welche uns beleidigten. Und darauf antwortet ihr mit Schlägen, welcher ist der Emissär?« »Der mit dem Tischbeine.« »Und woher weißt du, dass er ein Emissär ist?« »Ich vermute es.« »Très bien, Bürger Tambourmajor, du bist fertig. Nun mag auch er sprechen.« Surkuf trat einen Schritt vor und blickte dem Offizier furchtlos in die Augen. »Mein Name ist Surkuf, Bürgerkolonel. Darf ich um den Deinigen bitten?« »Ich heiße Bonaparte«, erklang es kalt und stolz. »Also ich heiße Surkuf.« »Robert Surkuf.« »Ich bin Seemann und wollte nach Bossé, um meinen Freund Andoch-Junot, den Advokat und Bürger Grenadier, zu besuchen.« »Ich trat hier ein, ließ diese Bürgersoldaten Wein auf meine Rechnung trinken, bis sie von diesem würdigen Priester verlangten, dass er auf das Verderben seines höchsten Oberhauptes des Heiligen Vaters trinken solle. Er tat es nicht, und darum wollten sie ihn schlagen. Er ist ein Mann des Friedens und kann sich nicht wehren. Darum brach ich dieses Tischbein ab und habe ihn verteidigt. Nun halten sie mich für einen Emissär. Ein braver Seemann aber wird einen jeden verteidigen, welcher von einer Übermacht unschuldig angegriffen wird. »Es sind noch viele Tischbeine hier.« Über das Gesicht des Obersten zuckte ein leises, ganz leises Lächeln, welches aber sofort wieder verschwand. Er wandte sich zu den Soldaten. »Bürger Tambur, Major! Du marschierst sofort mit den anderen in den Arrest!« Das Wort war kaum gesprochen, so salutierten sämtliche Bürgersoldaten und marschierten zur Tür hinaus. Dann drehte sich der Oberst wieder zu den beiden anderen herum. Sein Wort galt zunächst dem Priester. »Wer bist du?« »Ich bin Bruder Martin, vom Orden der Missionäre des Heiligen Geistes,« lautete in bescheidenem Tone die Antwort. »Es sind alle Orden aufgehoben. Hast du den Bürgereid geleistet?« »Nein, mein Eid gehört nur der Heiligen Kirche.« »Das wird sich finden!« Und sich zu dem Seemann wendend, fuhr er fort. »Sürkouf!« »Ich muß diesen Namen bereits gehört haben.« »Ah, hast du den Namen The Runner gehört?« »Ja, das war das englische Aviso-Schiff, welches ich durch die Klippen bringen sollte, aber mit Fleiß und Absicht auf die Bank laufen ließ.« Der oberst maß den jungen Mann mit einem kurz aufleuchtenden Blick. »Ah, das wärst also du?« »Wirklich? Weißt du, Bürger Sürkouf, dass dein Leben an einem Haare hing?« »Ich weiß es. Aber sollte ich den Feind in den Hafen bringen?« Ich sprang, sobald der Runner auflief, über Bord und kam glücklich ans Land, obgleich die Kugeln mir um den Kopf pfiffen. »Die Engländer schießen schlecht, sehr schlecht, Bürgerkolonel.« »Wir werden in diesen Tagen sehen, ob du Recht hast. Warum nimmst du dich eines Priesters an, der den Bürger Eid nicht leisten will?« »Weil dies meine Pflicht ist. Ich bin ein guter Katholik. Ich habe mit ihm auf das Wohl des Heiligen Vaters getrunken.« »Ah, quelle inconsideration!« »Mustest du das tun?« »Brauchtest du mir dies zu sagen, Bürger Sürkouf?« »Ich sah, dass du einige Soldaten beschädigt hast.« »Ja, mit dem Tischbeine hier.« »Gut.« »Der Fall soll untersucht und bestraft werden.« »Auch ihr beide seid arretiert.« »Man wird euch nach Beaussee bringen.« »Doch sollst du deinen Freund Junot zu sehen bekommen.« Der kleine Offizier wandte sich scharf auf dem Absatze um und verließ die Stube. Eine Minute später ritt er mit seinen Begleitern davon. Er befand sich jedenfalls auf einer Rekonjuszierung. Zu gleicher Zeit aber traten drei Militärs ein, welche den beiden sagten, dass sie ihnen nach Beaussee zu folgen hätten. »Das werden wir tun«, meinte Sürkouf, indem er sein Tischbein beiseite legte. Beaussee war ohne dies mein Ziel. »Aber das meinige nicht«, antwortete Bruder Martin. »Ich wollte hinauf nach Sisteron.« »Dorthin kannst du auch morgen gehen, mein frommer Bruder. Bis dahin magst du in Beaussee mein Gast sein. Vorher aber wollen wir mit diesen drei tapferen Bürgern noch ein Glas trinken. Ich finde diesen Rossillon sehr gut und muss ja auch mein Tischbein bezahlen.« Der wackere Seemann schien sich in seiner Gefangenschaft sehr leicht zu finden. Es war ihm nicht die mindeste Abnahme seiner guten Laune anzumerken, und als dann später aufgebrochen wurde, ertrug er den strömenden Regen mit derselben Geduld, mit der er ihn vorher ertragen hatte. Beaussee ist noch heute ein kleiner Ort von nicht viel über 3000 Einwohnern. Es gibt dort eine Wollenweberei, und in der Umgegend wird ein gutes Olivenöl und ein leidlicher Rotwein angebaut. Als die beiden Gefangenen dort anlangten, wurden sie nach dem Hause geführt, in welchem der Oberstkommandierende, General Carteau, sein Quartier aufgeschlagen hatte und dort in eine enge, dunkle Kammer eingesperrt, deren einziges Fenster durch den Laden dicht verschlossen war. »So, hier liegen wir vor Anker«, meinte Sirkouf. »Leider gibt es weder Hängematte noch Daunenbett. Wir müssen uns mit dem Bewusstsein fügen, dass man uns bald aus dieser Koje erlösen wird.« »Ich wenigstens habe das nicht zu hoffen«, seufzte Bruder Martin. »Nicht? Warum?« »Weißt du nicht, Bürger Sirkouf, dass es jetzt in Frankreich kein größeres Verbrechen gibt, als dem Willen des Konvents zu trotzen. »Ich habe meinen priesterlichen Eid abgelegt und kann keinen weiteren schwören. Ich sehe böse Tage für mich kommen, aber ich bleibe meinem Schwure treu.« Da ergriff Sirkouf die Hände des Gefährten und seine Stimme klang ganz anders als bisher, indem er nun in bewegtem Tone sagte, »Das vergelte dir Gott, Bruder Martin. Viele, viele sind abgefallen, aber noch mehrere sind freiwillig in die Verbannung gegangen oder bleiben mutig im Lande, um mit der Hüter des Unglaubens und der Vergewaltigung zu kämpfen. Ich bin nicht der sorglose Mann, der ich scheine. Ich sehe eine Zeit kommen, in welcher man auch das Allerheiligste verleugnen wird, nachdem man vorher das Heilige beschimpfte. Eine Zeit, in welcher es starker Geister und gewaltiger Arme bedarf, um das Vaterland von der Herrschaft des Schreckens zu befreien und unserem Volke die ihm von Gott angewiesene Stellung unter den Nationen zu erhalten. Es wird große Kämpfe geben. Es werden Ströme Blutes fließen. Es wird ein gigantisches Ringen des Einen gegen Alle sein. Das Weizenkorn, welches unter dem Unkraute der Revolution verborgen liegt, wird aufgehen. Doch werden dunkle Wolken es beschatten und Stürme es knicken wollen. Da gilt es, wach und munter zu sein. Da gilt es, sich schon bei Zeiten im Kampfe zu üben und zu stehlen, damit ein jeder an seinem Platze sei, wenn die Kräfte gemessen werden. Ich bin ein Sohn des Vaterlandes und auch ich habe die Pflicht, treu und stark zu ihm zu halten, in aller Not und Gefahr. Darum habe ich mich ihm zu Dienste angeboten, aber man hat mich abgewiesen, weil ich offen bekenne, dass ich nicht zu denen gehöre, welche den Stuhl Petri stürzen und Christum abermals an das Kreuz schlagen möchten. Wegen einer offenen Rede habe ich aus Paris flüchten müssen. Ich ging an andere Orte und wurde wieder abgewiesen. Nun komme ich nach Toulon, um den letzten Versuch zu machen. Ich werde mit den Generälen Cartaud und Daupee sprechen. Ich werde auch mit diesem Kolonel Bonaparte reden. Er hat das Gesicht eines Mannes, welcher wachsen wird. Vielleicht erreiche ich hier am letzten Orte, was mir anderwärts versagt worden ist. Der Priester hielt seinen Blick erstaunt auf den Sprecher gerichtet. Dieser junge Mann war auf einmal ein ganz anderer geworden. Der fröhliche, sorglose, unbekümmerte Jüngling stand plötzlich da, als ein Mann, dessen Auge prophetisch in die Ferne blickte, dessen Rede begeistert von den Lippen floss und dessen Aufgabe auf ein großes Ziel gerichtet war. Mein Sohn, sagte Bruder Martin, ich höre aus deinem Munde Worte eines Mannes, dessen Weg zur Höhe führen muss. Was auch die Zukunft dir beschieden haben mag, sei stets der ewigen Wahrheit eingedenk, dass der Mensch nichts Gutes tut, als nur in Gott, und dass er einen Richter hat für jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat, die er vollbringt. Dein Fuß wird nicht gewöhnliche Pfade wandeln. Lass dich bei jedem Schritte von dem Lichte leiten, welches kein Konvent und keine Revolution verlöschen kann. Nach diesen Worten herrschte längeres Schweigen. Die beiden Gefangenen hätten sich vieles zu sagen gehabt, aber der Augenblick war zu weihevoll, als dass ein profanes Wort ihn hätte stören dürfen. Nach längerer Zeit wurde die Türe geöffnet. Man rief Surkouf, um ihn zum kommandierenden General zu führen. Es dauerte lange, ehe er zurückkehrte. Und dann wurde Pater Martin abgeführt. Dieser kam sehr bald zurück. Er hatte sich erklären sollen, ob er bereit sei, den Bürger Eid zu leisten, und als er sich entschieden weigerte, war ihm eröffnet worden, dass man ihn als Verräter behandeln müsse und ihm also seine Freiheit nicht zurückgeben könne. Surkouf frug ihn, was er dagegen zu tun entschlossen sei. Was soll ich tun? frug er. Ich bin ein Mann des Wortes, aber nicht ein Mann des Schwertes. Es wird mir gehen wie so vielen andern. Man wird mich nach Paris bringen, und dort werde ich verschwinden. Ah, du würdest nicht in Paris, sondern bereits schon unterwegs verschwinden. Aber dies soll nicht geschehen, so wahr ich Robert Surkouf heiße. Wie wolltest du mir helfen? Du bist ja selbst Gefangener. Aber ich werde es nicht immer sein. Der General wollte sich nur vergewissern, ob ich ein Emissär sei oder nicht. Sobald er einsah, dass ich ein ehrlicher Seemann bin, handelt es sich nur noch um die kleinen Hiebe, welche diese guten Bürgersoldaten von mir erhalten haben. Und darüber soll Colonel Bonaparte urteilen, wurde mir gesagt. Ich werde also baldigst auf freiem Fuße sein. Welcher Mensch kann mit Sicherheit auch nur von dem nächsten Tage sprechen? Ich wollte nach Cisteron, um von da vielleicht über Gap oder Embrun und Briasson aus Frankreich zu kommen. Nun aber bin ich gar gefangen. Über Gap und Embrun? Oh, Malheur! Einen solchen Fluchtweg kann nur eine Seele einschlagen, die mehr im Himmel als auf Erden wandelt. In diesen beiden Festungen muss ein jeder hängen bleiben, der nach dieser Richtung hin entkommen will. Und übrigens wimmelt die ganze Strecke von Toulon bis an die italienische Grenze von Konvenztruppen, welche schwer zu täuschen sind. Dazu begreife ich nicht, wie man in einem Weinhause einkehren kann, wenn man den Heschern entgehen will. Der Wirt dieses Hauses ist mein Verwandter. Er hielt mich lange Zeit versteckt und eben wollte ich Abschied nehmen, als das Wetter die Soldaten herbeitrieb. Das hätte nichts zu sagen gehabt, aber dieses geistliche Gewand ist zum Verräter geworden. Überhaupt gibt es von hier aus auf dem Landwege kein Entkommen. Nur auf der See ist die gesuchte Freiheit zu finden. Aber wie gelangt man ohne Freunde, ohne Mittel und ohne Kenntnis der Gelegenheiten auf ein sicheres Schiff? Durch mich, durch Robert Surcouf, verstanden? Er konnte nicht weitersprechen, denn die Tür wurde abermals geöffnet und es trat ein Grenadier herein, in welchem Surcouf seinen Freund Junot erkannte. Dieser war jetzt noch gewöhnlicher Soldat, aber man weiß, dass er nur drei Tage später Sergent wurde. Bei der Beschießung von Toulon vom 15. bis 17. Dezember 1793 diktierte ihm Napoleon einen Befehl. Da schlug eine Kanonenkugel neben ihnen in den Boden und bespritzte das Blatt mit Erde. »Prächtig«, rief Junot, »so brauchen wir keinen Streusand.« Durch dieses Wort wurde Bonaparte auf ihn aufmerksam und ließ ihn von da nicht wieder aus den Augen, so dass Junot schon 1804 Divisionsgeneral und Kommandant von Paris wurde. Dieser Grenadier, welcher jetzt wohl nicht ahnte, dass er einst eine Herzogskrone tragen werde, hatte große Freude, seinen Freund Surcouf wiederzusehen. Er erfuhr, dass dieser sich um eine Anstellung in der Marine bewerbe und dass er nun auch von General Cartes abfällig beschieden worden sei. Junot konnte für den Krieg für seinen Freund nichts tun, als ihm seine gegenwärtige Haft erleichtern. Er sorgte für Speise, Trank und Licht und mußte die beiden dann ihrem Schicksale überlassen. Erst am Nachmittage des nächsten Tages kam eine Ordonanz, welche den Seemann zu Bonaparte bringen sollte. Dieser befand sich nicht in Beaussee, sondern außerhalb des Ortes in einer Schanze, von welcher aus die Befestigungen von Toulon beschossen wurden. Diese Stadt hatte sich der unter Admiral Hood stehenden Flotte der Vereinigten Engländer und Spanier übergeben und der Konvent machte die riesigsten Anstrengungen, diesen hochwichtigen Platz zurückzuerobern. Leider erwiesen sich die Generäle Descartes und Dopey als unfähig. Der eine war ein Maler und der andere ein Arzt gewesen. Sie waren im Atelier und im Lazarett an ihrem Platze, nicht aber vor den gewaltigen Außenwerken eines so großartigen Waffenplatzes, und darum hatte man den jungen Napoleon Bonaparte gesandt, um den beiden Generalen beizustehen. Der kleine Korse hielt soeben neben den beiden Obergeneralen, als Surkouf zu ihm geführt wurde. Er beachtete den Gefangenen gar nicht und schien nur in das Gespräch vertieft, welches er mit seinen zwei Vorgesetzten führte. »Und ich kann dennoch nicht von meiner Überzeugung abgehen«, sagte er, »wenn wir so fortfahren, werden wir nach einem Lustrum immer noch unverrichteter Sache vor Toulon liegen. Was sind unsere Geschütze gegen die Feuerschlünde der Festung und der Flotte? Wir müssen so schnell wie möglich weiteres Belagerungsgeschütz aus Marseille und den anderen Waffenplätzen kommen lassen. Wir dürfen nicht nur die Befestigungen der Stadt beschießen, sondern wir müssen vor allen Dingen die feindlichen Schiffe mit glühenden Kugeln bewerfen. Haben wir die Flotte vernichtet und vertrieben, so kann sich die Stadt unmöglich lange mehr halten. Geben Sie mir Vollmacht, so verspreche ich, dass Toulon sich in vierzehn Tagen in unseren Händen befindet. »Nur nicht sanguinisch«, erwiderte Cartaud in hochfahrendem Tone. »Selbst wenn die Flotte weichen muss, wo haben wir die Mittel, Befestigungen wie vor Malbosquet, Balanier und Ägillet zu bezwingen?« »Man schaffe nur zunächst Geschütz und Munition herbei, verstärke die Belagerungsarmee bis auf 40.000 Mann und versehe diese Verstärkungen mit den notwendigen Requisiten. Ich habe das Terrain noch nicht genau studieren können, aber es muss ein Punkt zu finden sein, welcher die feindlichen Werke dominiert, und von diesen aus werden wir den Gegner zu bezwingen wissen.« Surkouf hatte diese Worte gehört. Er trat mit zwei raschen Schritten an die drei Offiziere heran und sagte, »Pardon, Bürger, dieser Punkt ist bereits gefunden.« Carteau machte eine strenge, zurückweisende Gebärde. Auch Doppé drehte sich stolz zur Seite. Napoleon aber überflog den Sprecher mit einem Blitze seines Auges und meinte, »Du bist sehr kühn, Bürger Surkouf. Wenn Offiziere sprechen, hat ein jeder andere zu schweigen, besonders, wenn er gar ein Gefangener ist. Welchen Punkt meinst du?« »Bürger, Kolonel, siehe dort den Platz zwischen den beiden Häfen der Stadt. Wenn du ihn besetzest, so kannst du die feindliche Flotte in ihrer ganzen Ausdehnung bestreichen. Die Stadt muss sich in zwei oder drei Tagen ergeben, wenn du ihre Werke von dort aus mit 24 Pfündern und Mörsern demolierst. Das Auge wird dich leeren, dass von diesem Punkte aus Fort Malbusquet sehr leicht zu bombardieren ist.« Bonaparte setzte das Fernrohr an, und musterte die betreffende Gegend. Als er es wieder absetzte, bewegte sich kein Zug seines ehernen Gesichtes. Er blickte lange auf den Horizont hinaus, dann aber wandte er sich plötzlich zu den beiden Generalen. »Dieser Mann hat recht.« »Vollkommen recht.« »Ich ersuche die Bürgergenerale, seinen Rat, welchen ich mit meiner Überzeugung unterstütze, in schnelle Erwägung zu ziehen.« »Den Rat eines Arrestanten«, rief Carteau, »Schäme dich, Bürgerkolonel«.« Auch auf diese beleidigende Antwort zuckte keine Wimper in Napoleons Gesicht, aber seine Stimme klang scharf und schneidig, als er entgegnete. »Allerdings schäme ich mich, Monsieur, aber nicht über den Rat, welcher uns erteilt wurde, sondern darüber, das bis jetzt noch nicht gefunden worden ist, was dieser Bürger auf den ersten Blick bemerkte. Ich bin gewohnt, jeden nützlichen Rat anzunehmen, er komme, von wem es auch sei, und bitte, den betreffenden Punkt schleunigst besetzen und befestigen zu lassen. Wenn uns die Engländer zuvorkommen, so muss es uns außerordentliche Opfer kosten, die Unterlassung wieder anzugleichen.« »Kolonell«, brauste Carteau auf. Er wollte mehr sagen. Dope aber ergriff ihn beim Arme und zog ihn fort. Bonaparte blickte ihnen mit finsterer Miene nach. »Man wird dennoch tun müssen, was ich will«, murmelte er. Und zu Surcouf gewendet, fuhr er fort. »Dein Plan ist gut, Bürger, ich danke dir. Wo hast du diesen Schafblick her? Du, ein Matrose!« »Matrose«, lachte der Gefragte. »Ein Schüler der Seeakademie und des Büros de Longitude. Der Seemann hat ebenso seine Strategie und Taktik wie der Offizier des Festlandes. »Bürger Kolonell, ich freue mich, mit dir sprechen zu können. Ich bin dein Gefangener. Du wirst mich vielleicht bestrafen, weil ich einigen unnützen Burschen den Schädel geklopft habe. Ich werde diese Strafe auf mich nehmen. Aber wenn ich sie verbüßt habe, so werde ich dich abermals aufsuchen, dann habe ich dir eine Bitte vorzutragen.« »Sprich sie aus!« »Heute nicht. Erst muss ich die Strafe hinter mir wissen.« Bonaparte runzelte leicht die Stirn. »Du sprichst sehr kategorisch. In deinem Alter ist man gern bescheiden, weil man da erst im Begriffe steht, das Leben zu beginnen.« »Bürger«, lächelte der Getadelte. »Du beginnst es also vom Kolonell an, denn wir werden wohl die gleichen Jahre zählen.« Napoleon beachtete diesen Einwurf nicht und fuhr fort. »Du hast allerdings Strafe verdient, denn du hast dich an den Soldaten des Convents vergriffen. Aber um des Rathes willen, welchen du uns gegeben hast, soll dir verziehen sein. Jetzt nun wirst du wohl Zeit finden, deine Bitte auszusprechen, Bürger Sürkuf.« »Ich danke dir, Bürgerkolonel. Meine Bitte ist sehr kurz. Sie lautet, gib mir ein Schiff.« Der kleine Korse blickte erstaunt den Seemann an. »Ein Schiff?« rief er verwundert. »Was willst du denn mit dem Schiffe? Und woher soll ich es nehmen?« »Hier«, liest zunächst diese Papiere. Er zog sein Portfolio hervor, nahm eine Anzahl groß gesiegelter Zeugnisse hervor und gab sie Napoleon. Dieser las eines nach dem anderen und gab sie ihm dann mit einer sehr nachdenklichen Miene zurück. »Ausgezeichnet, nickte er.« »Bürger Sürkuf, es wird wenig Männer deines Alters geben, welche sich des Besitzes solcher Papiere rühmen können. Du bist klug und kühn. Der Konvent wird wohl tun, dich im Auge zu behalten.« »Pah, der Konvent will mich gar nicht haben.« »Warst du in Paris?« »Ich war dort. Ich war in Le Havre, ich war in Brest, in Nantes, in La Rochelle, in Bordeaux, Marseille und Lyon. Ich war bei allen Marinebehörden bis hinauf zum Minister und habe nur das eine gehört, dass ich unfähig bin.« »So sind deine Zeugnisse eine Lüge.« »Sie enthalten die Wahrheit, aber die Männer, bei denen ich war, segeln im Nebel, ohne die Augen zu öffnen. Ich habe alles getan, um sie sehen zu machen. Ich habe ihnen meine Ansichten entwickelt, ich habe ihnen den Vorhang der Zukunft gelüftet. Sie wollten blind bleiben.« Jetzt lächelte Bonaparte, aber wie ein Riese, welcher einen Zwerg von Heldentaten sprechen hört. »Welches sind die Ansichten, die du ihnen entwickelt hast?« fragte er. »Es sind die Ansichten eines einfachen Mannes, der sich durch kein Blendwerk täuschen lässt. Die republikanische Form unserer Regierung steht im Gegensatz zu den Regierungsformen der uns umgebenden Länder. Unsere Interessen sind den Ehren feindlich entgegengesetzt und der Ausgleich kann nicht auf dem Wege des Friedens geschehen. Ferner gibt es im Innern der Republik selbst tausend noch ungezügelte Kräfte und Mächte, welche eine gewaltige Expansionskraft besitzen. Eine einzige dieser Kräfte ist imstande, den noch unfertigen Bau augenblicklich zu zertrümmern. Die Religion ist das Herz der Nation. Die Republik will sich dieses Herz herausreißen. Sie wird zum Selbstmörder werden. Sie wird sterben. Aber ihr Tod wird kein sanfter, sondern ein fürchterlicher sein. Damit habe ich bewiesen, dass Frankreich vor großen Kämpfen steht, vor Kämpfen nach außen und vor Kämpfen nach innen. Hierzu bedarf es einer Land- und Seemacht, welche nicht nur sich in gutem Verteidigungszustande befindet, sondern nötigenfalls auch zum Angriffe schreiten kann. Wir haben ein tapferes Heer und gute Generäle, aber was wir nicht haben, das ist eine genügende Flotte. Seeleute hat Frankreich genug. Es mangelt an Kriegsschiffen und an Seeoffizieren, welche die Fähigkeit besitzen, die kriegerischen Traditionen unserer Feinde zuschanden zu machen. Und ein solcher Offizier bist du? unterbrach ihn Napoleon. Ja, antwortete der Gefragte mit offener Miene. Man gebe mir ein Schiff und ich werde es beweisen. Du sprichst sehr stolz, Bürger Surkuf. Du läufst Gefahr, dass man dein Selbstbewusstsein für Prahlerei nimmt. Wer einen Kahn zu steuern vermag, ist doch noch nicht ein geborenes Genie zu See. Es lag etwas wie Geringschätzung in dem Tone, in welchem diese Worte gesprochen wurden. Surkuf fühlte das und seine Stimme klang schärfer denn vorher, als er entgegnete, Bürgerkolonel, du sprichst in dieser Weise zu mir, weil du siehst, dass ich noch nicht das Alter besitze, um Mitglied des Rates der Alten zu sein. Das ist ein schlechter Mann, welcher mehr von sich hält, als er ist. Aber ein noch viel schlechterer Mann ist derjenige, welcher nicht weiß, was er zu leisten vermag. Wenn ein Maler oder Arzt General werden kann, so ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass ein Seemann ein Schiff zu führen vermag. Wir stehen in einer Zeit, welche Altes zerschmettert, um Neues zu schaffen. Die Kämpfe, denen wir entgegen gehen, erfordern jugendliche Kräfte. Warum soll ich abgewiesen werden? Weil du dir erst verdienen musst, was du bekehrst. Was hast du für den Staat geleistet? Du magst ein guter Seemann sein. Du magst dies im privaten Leben auch bewiesen haben. Der Marinebehörde aber bist du unbekannt und darfst nicht erwarten, dass man dir ein Schiff anvertraut, ohne dich vorher kennengelernt zu haben. Aber man will mich nicht kennenlernen. Man will keinen Offizier, der den Glauben hat, dass sein Schiff ebenso von Gottes Hand wie von den Winden geleitet wird. So ändere deinen Glauben. Sir Kuf trat einen Schritt zurück und rief, Bürger Bonaparte, du scherzest. Ich bin ein Katholik und bleibe es. Ich bin ein Franzose und bleibe es. Trotzdem mir von England Anerbietungen gemacht worden sind, welche mir die Erfüllung meiner sehnlichsten Wünsche verheißen. Ich werde stets nur für mein Vaterland, niemals aber gegen dasselbe kämpfen. Und gibt man mir kein Schiff, so nehme ich es mir. Napoleon machte eine abweisende Gebärde. Das träumst du nur, meinte er scharf. Robert Sir Kuf träumt nie, Bürgerkolonel. Du bist der Letzte, auf den ich meine Hoffnung setzte. Gib mir wenigstens ein kleines Fahrzeug, aus welchem ich einen Brander herstellen kann, und du sollst sehen, dass ich das feindliche Flaggenschiff in die Luft sprenge. Hier, im Hafen von Toulon? Ja. Ah, nun bin ich wirklich überzeugt, dass du träumst. Bürger Sir Kuf, gehe. Deine Dienste werden nicht gebraucht. Ist dies dein letztes Wort? Mein letztes. So habe ich meine Schuldigkeit getan und kann nun nach Belieben handeln. Es wird eine Zeit kommen, in welcher Frankreichs Ruhm zur See zusammenbricht, in welcher man vergebens ausschaut nach einem Manne, der unsere Flagge siegreich steigen lassen könnte. Aber dieser Mann wird fehlen. Dann, ja, dann, wird man sich des Bürgers Sir Kuf erinnern. Man wird ihn rufen. Doch dieser wird diesem Rufe nicht Folge leisten. Ah, dein Traum wird zum Fieber. Man wird dich niemals rufen, denn du wirst niemals zu verwenden sein. Und wäre ich es selbst, der hier zu entscheiden hätte, so würde ich der Letzte sein, der deinen Namen nennt. Frankreich braucht Männer und besonnene Köpfe, aber nicht Knaben und Phantasten. Heute hast du gesprochen und bereits morgen wirst du vergessen sein. Da trat Sir Kuf hart an den Offizier heran und legte ihm die Hand schwer auf die Schulter. Bürger Bonaparte, ich will dir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Ich sage dir offen, dass ich dich für einen Mann halte, der seinen Weg machen wird. Auf diesem Wege aber wird dir einst Robert Sir Kuf begegnen. Und dann wirst du bedauern, dass du ihn so schnell vergessen hast. Wir sind geschieden für ewige Zeiten. Vorher aber sage ich dir noch eins. Was wirst du mit Pater Martin, meinem Gefährten, tun? Danach hast du nichts zu fragen. Er hat sich gegen die Verordnungen des Konvents gesträubt und wird seine Strafe leiden. Er hat Gott mehr gehorcht als den Menschen und darum wird ihn Gott beschützen. Versucht es immerhin, den Ewigen abzusetzen. Es wird euch schwer werden. gegen den Stachel zu lecken. Ende von Kapitel 1 vor Toulon Kapitel 2 Eine kühne Tat von Robert Sir Kuf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 2 Eine kühne Tat aus Robert Sir Kuf von Karl May Am Abend des selben Tages saß Pater Morton allein in seiner Kammer. Es war ihm gesagt worden, daß sein Gefährte frei sei und nicht wieder zurückkommen werde. Draußen vor dem Orte donnerten die ehrenen Stimmen der Geschütze trotz der herrschenden Dunkelheit. Und in dem Hofe erklang der regelmäßige Schritt der Schildwache, welche vor dem Fenster des Gefängnisses Wache zu halten hatte. In den Gassen von Bousset und besonders vor dem Hauptquartiere standen Gruppen von Soldaten, welche sich über die nächtliche Kanonade unterhielten. Es war dies ein Zeichen, daß mit dem obersten Bonaparte ein neuer Geist in die Belagerungsarmee getreten sei, und man gab sich der Hoffnung hin, daß man einen baldigen Erfolg bemerken werde. Da kam sporenklärend ein Offizier die Gasse herab und trat in das Haus. Er schritt direkt durch den Flur hinaus nach dem Hofe und blieb vor dem Posten halten. »Bürger, Soldat, wie heißt es du?« fragte er kurz und barsch. »Étienne Girard«, antwortete der Gefragte salutierend. »Nun wohl, Bürger Girard, öffne mir die Tür, welche zu dem Gefangenen führt.« Der Soldat gehorchte ohne Widerrede. Der Offizier blieb vor dem Eingange stehen und befahl dem Priester, »Bürger Matin, folge mir! Du sollst die Ehre haben, vor dem General zu erscheinen, welcher dich draußen in der Schanze sprechen will.« Der Gefangene erhob sich und verließ still und gehorsam die Kammer. Der Offizier schob dem Soldaten ein versiegeltes Papier in die Hand und gebot ihm, »Hier die Bescheinigung, dass du mir den Gefangenen übergeben hast, Bürger Girard. Du wirst sie dem Bürger Kolonel Bonaparte einhändigen, sobald er zurückgekehrt ist. Für jetzt aber bist du abgelöst.« Er entfernte sich mit dem Priester und schritt mit ihm an den Militärgruppen vorüber zur Stadt hinaus. Draußen aber änderte er die Richtung und schwenkte links ab in das Feld hinein. An einer einsam gelegenen Stelle angekommen, blieb er halten. »Bürger Matin, du stehst vor deinem Richter!« sprach er mit derselben strengen Stimme, mit der er vorher gesprochen hatte. Der Priester blickte auf. »Du?« frug er. »Du wolltest mein Richter sein?« »Ja, aber ich bin dir ein gerechter Richter. Ich spreche dich frei!« Und in völlig verändertem Tone setzte er lachend hinzu, »Fremont, sogar dieser gute Pater Matin hat mich nicht erkannt.« Bei dieser Stimme fuhr der Priester überrascht empor. »Serkhof? Robert, Serkhof? Ist es möglich?« rief er. »Psst, leise!« warnte der andere. »Da drüben gibt es Leute, welche sich sehr für uns interessieren.« »Aber wie kommst du zu mir? In dieser Uniform? Weißt du, dass dein Spiel ein sehr gewagtes ist?« »Gewagt?« »Pah, diese Herren Maler, Ärzte, welche sich beikommen lassen, den General zu spielen, sind mir nicht gefährlich. Aber vor diesem kleinen Kolonel Bonaparte muß man sich ein wenig in Acht nehmen. Du fragst, wie ich zu dir komme. Glaubst du etwa, dass Robert Serkhof der Mann ist, deinen guten Bekannten sitzen zu lassen? Und diese Uniform? Sieh sie dir einmal genauer an. Es ist der Rock eines Duanier, eines Zollwächters, der ihn ausgezogen hat, weil er ihn auf dem Schafotte nicht mehr brauchte. Ich habe auch gute Freunde und Bekannte, auf welche ich mich verlassen kann. Ich werde ein wenig hinein nach Toulon gehen, um zu sehen, was zu machen ist. Tu dies ja nicht. Du wagst dein Leben. Sorge dich nicht um mich. Ich weiß ganz genau, was ich wage. Jetzt handelt es sich ganz allein um dich. Du bist frei. Wohin gedenkst du dich zu wenden? Ehe ich dich traf, hatte ich die Absicht, die italienische Grenze zu erreichen. Drüben wird man für mich sorgen. Du sollst sicher hinüberkommen, mein guter Pater Maton. Ich habe da einige wackere Leute, welchen du nach Frius folgen willst. Sie werden dich auf einem Fahrzeuge hinüberbringen. Er stieß einen leisen Pfiff aus, worauf zwei Gestalten aus dem Dunkel der Nacht auftauchten. Hier ist der würdige Pater Maton, ihr Leute. Ich übergebe ihn euch, weil ich weiß, dass er in euren Händen ebenso sicher ist wie in den meinigen. Und nun gebt mir meinen Rock und nehmt diesen dafür zurück. Und jetzt, frommer Mann, wollen wir Abschied nehmen. Wir werden beide dieses Land verlassen, aber unsere Wege werden wohl nie wieder zusammentreffen. Beten Sie für mich, denn das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und ich werde es ja brauchen können. Gott segne dich, mein Sohn. Ich... Er sprach nicht weiter, denn Succouf war bereits im Dunkel der Nacht verschwunden, hatte ihm aber vorher etwas in die Hand gedrückt. Der Priester fühlte, dass es Geld war. Er musste den beiden Schiffern folgen, ohne es zurückweisen zu können. Eine halbe Stunde später kehrte Bonaparte von der Schanze in das Quartier zurück und Etienne Girard beeilte sich, ihm das Schreiben zu überreichen. Es enthielt allerdings eine Empfangsbescheinigung. Es lautete An den Bürger Kolonel Bonaparte. Ich bestätige hiermit den richtigen Empfang eines Mitgefangenen, des frommen Pater Maton. Ich habe ihm die Freiheit gegeben, um ihn ungerechten Richtern zu entziehen und dem Bürger Bonaparte zu zeigen, dass der Bürger Succouf nicht bloß zu träumen, sondern auch zu handeln vermag. Er hat versprochen, sich ein Schiff zu holen, weil man ihm keines gibt, und er will sein Wort halten. Robert Succouf. Bonaparte ließ sich von dem Soldaten das Geschehene berichten und starrte dann lange auf die Zeilen nieder. Sollte er den überlisteten Posten bestrafen? Nein. Er winkte schweigend und der Mann trat ab. Der Kolonel traf nicht einmal anstaltend, den Entflohenen zu verfolgen. Es wurde über die ganze Angelegenheit kein Wort gesprochen. Napoleon hatte übrigens anderes zu tun, als sich um die wiederhabhaftwerdung eines Flüchtlings zu bekümmern, dessen Besitz ihm nicht den mindesten Vorteil brachte. Die beiden Generäle Cartaud und Taupe gaben nämlich die Besetzung des Punktes, auf welchen sie durch Succouf aufmerksam gemacht worden waren, nicht zu. Desto klüger aber waren die Engländer, welche plötzlich die Wichtigkeit des Ortes erkannten, 4000 Mann hinlegten und ihn mit furchtbaren Verschanzungen versahen. Diese Befestigungen waren so stark, dass sie den Platz Klein-Gibralta nannten. Voll Ärger über diesen Fehler fertigte Bonaparte einen Bericht an den Konvent ab, infolgedessen der Oberbefehl im November dem tapfern und einsichtsvollen Dugormier übertragen wurde. Dieser erkannte, welchen Mann er in dem kleinen Korsen besaß und gab seinen Vorschlägen offenes Gehör. Es wurden ganz in der Stille die nötigen Vorkehrungen getroffen, welche volle drei Wochen in Anspruch nahmen. Dann begann ein dreitägiges, entsetzliches Bombardement auf Klein-Gibralta, welches dann im Sturme genommen wurde. Unter den Bewohnern der Stadt herrschte natürlich eine große Aufregung. Viele Tausende hatten sich an dem Aufstande gegen den Konvent beteiligt und die Engländer willkommen geheißen, als die Flotte derselben kam, um Toulon in Namen Ludwigs des Siebzehnten in Besitz zu nehmen. Sie alle waren verloren, wenn die Verteidigung nicht gelang. O'Hara, der Stadtkommandant, machte die riesigsten Anstrengungen, um die Belagerung abzuweisen, aber als Klein-Gibralta verloren war, erkannte er, dass nun alle Mühe vergebens sei. Auch der Befehlshaber der englischen Flotte, Admiral Lord Hood, erklärte, dass Toulon nun nicht mehr zu halten sei und verließ den Hafen. Er kreuzte draußen auf der Rede und nahm die Truppen nebst denjenigen Einwohnern auf, welche sich kompromittiert hatten. Wohl an die vierzehntausend Menschen verließen auf diese Weise die Stadt, um sich der Rache des Konvens zu entziehen, von dem man wußte, dass er nicht zur Milde geneigt sein werde. In einem engen Gässchen unweit des inneren Hafens gelegen, gab es eine Taverne, welche nur von Matrosen besseren Schlages besucht wurde. Oncle Catiton, wie der Wirt genannt wurde, war ein anständiger Mann, welcher alles Gesindel von seinem Hause fernzuhalten wußte. Dabei war er ein guter Christ und ein eifriger Patriot, welcher die Revolution hasste. Es war einen Tag vor dem Sturme auf Klein Gibraltar, als ein fremder Mensch in die Taverne trat. Er trug die Kleidung eines englischen Marinematrosen und zeigte auch die ganze Ungeniertheit dieser Leute, denn er legte, nachdem er sich gesetzt hatte, die schmutzigen Füße auf den mit einem weißen Linnen gedeckten Tisch und stieß mit der Faust aufschlagend einen lauten Fluch aus, um den Wirt herbeizurufen. Dieser trat heran und erkundigte sich in aller Höflichkeit nach dem Begehr des Gastes. Wein, sagte dieser. Haben Sie ein Gefäß bei sich? Ein Gefäß? Was? Gibt es für die Gäste hier keine Gläser? Für die Gäste ja, aber beim Verkauf über die Straße hat ein jeder sein Gefäß mitzubringen. Wer sagt euch denn, dass ich den Wein mit fortnehmen will? Ich bin Gast und werde ihn hier trinken. Wenn ihr von meinem Weine trinken wollt, so müßt ihr ihn allerdings mit fortnehmen, denn hier trinken könnt ihr nicht. Wer mein Gast sein und meiner müßt ihr euch wohl schämen? Allerdings in meinem Hause tut man die Beine hübsch unter den Tisch. Und wenn mir dies nicht gefällt, so könnt ihr gehen oder ich führe euch hinaus. Was gilt die Wette? Ich lasse die Beine wo sie sind und bin euch doch willkommen. Daran denkt kein Mensch. Ich ersuche euch schleunigst abzusegeln. Auch wenn man mich hierher bestellt hat. Wer? Robert Sucouf. Sucouf? Der? Einen Engländer? Das ist etwas anderes. Erlaubt, dass ich euch ein Glas bringe. Nun, wer hat recht, lachte der Fremde. Jetzt aber sehe ich, dass ich an die richtige Adresse gekommen bin und werde manierlicher sein. Habt keine Sorge, Onkle Catiton. Ich bin kein Engländer, sondern ein Kind unserer guten Bretagne. Ich war nur gezwungen, mich in dieser Verkleidung durch die Feinde hindurch zu schmuggeln. Ist Sucouf daheim? Er ist da. Welchen Namen soll ich ihm nennen? Bär Er Williard. Er Williard? rief der Wirt erfreut. Wirklich? Warum sagst du das nicht gleich? Weil ich zum Spaß sehen wollte, ob du wirklich ein so großer Brummbär bist, wie man sagt, Onkle Catiton. Es ist nicht so schlimm, aber ich kann nun einmal die Engländer nicht leiden. Wo hat sich unser Bote getroffen? In Tropez. Sucouf wußte genau, dass ich dort zu finden war. Hat er etwas gefunden? Ich weiß es nicht, er ist sehr verschwiegen, was ich nicht tadeln kann. Wie ich ihn kenne, ist er bereits im klaren. Ich bin erst vor zwei Stunden angekommen und weiß dennoch bereits, was ich tun würde. Da sah ich zum Beispiel eine Brigantine, scharf auf den Kiel gebaut, schmuck wie eine Taube und glatt wie ein Falke. Sie hatte zwanzig Stück Pforten und schien ganz vor kurzem vom Stapel gekommen zu sein. Das wäre eine Prise, hm? Der Wirt lächelte geheimnisvoll schämisch. Du meinst The Hen, welcher da drüben vor Anker liegt. Ja, ein feines Schiff. La Pule würde besser klingen als The Hen. Das ist wahr. Na, wer weiß, was sich ist. Ich glaube, daß er dir den Posten des ersten Offiziers zugedacht hat. Komm, ich will dich zu ihm führen. Dieses Gespräch war laut geführt worden, da kein Gast zugegen war. Der Wirt führte Ervillard eine Treppe empor und als er zurückkehrte bekam er weitere Arbeit, da ein Trupp Hafenarbeiter Zutritt genommen hatte und seine Dienste in Anspruch nahm. Kurze Zeit durchschritt und in dem hinteren Zimmer verschwand, welches den Aufenthalt der Kapitäns und Steuerleute bildete. Er besaß eine hohe, plumpe, ungeschlachte Gestalt und sein aufgedunsenes Gesicht hatte jene spirituose Färbung, welche man vorzugsweise an Schnapstrinkern zu beobachten pflegt. In dem Angesichte des Wirtes zuckte es eigentümlich, als er, ohne erst auf die Bestellung zu warten, dem Cognac nachdruck. Er grüßte er erbietig, aber ein aufmerksamer Beobachter hätte vielleicht doch einen verstohlenen Blick belauscht, der auf eine ganz andere Gesinnung schließen ließ. Nun, frug der Gast kurz, nachdem er den Inhalt seines Glases auf einmal hinab gegossen hatte. Ich habe nachgesehen, Kapitän, und still, gebot ihm der andere, laß deinen Kapitän beiseite, es braucht niemand zu hören, wer ich bin. Also, du hast nachgesehen? Ja. Und? Es wird gehen. Das denke ich auch. Nur müssen sie sich mit genug Arbeitskräften versehen. Die Mauer ist sehr schwer zu durchbrechen, und lange Zeit darf der Vorgang doch nicht in Anspruch nehmen. Das ist richtig. Hast du niemand, der helfen kann? Nein, ich will überhaupt dabei ganz aus dem Spiele bleiben. Ich darf nicht das geringste wissen, verstehen Sie? Es würde um mich geschehen sein, wenn man ahnt, dass ich im Einverständnisse bin. Das lässt sich denken. Aber woher die Leute nehmen? Diese Bürger Soldaten schießen so sicher, dass ich bereits den Drittel meiner Leute eingebüßt habe. Wie viele Personen werden erforderlich sein? Spanzig ganz sicher. Und ich habe nicht vierzig. Ich brauche überhaupt neue Hände an Deck, und hier ist niemand zu bekommen. Weißt du keinen, der Lust hat, es einmal auf einem Engländer zu versuchen? Ich zahle dir für jeden eine Guinea. Vielleicht, aber ein Engländer ist es nicht. Ein Franzose? Ja, doch hat er es sehr eilig, aus dem Lande zu kommen. Das ist mir sehr lieb. Solche Leute sind am besten zu brauchen. Dazu ist ja die Schiffsordnung vorhanden. Wo ist der Kerl? Er muss noch hier im Hause sein. Und wenn ich nicht irre, hat er auch einige Kameraden, schaffe ihn mir einmal herbei, aber schnell. Ich habe nicht viel Zeit. Vorher jedoch bringe mir eine ganze Flasche Cognac, denn ein guter Schluck macht solche Leute willfährig. Der Wirt brachte das Bestellte und stieg dann abermals die Treppe empor. Dort oben gab es ein kleines verstecktes Zimmer, an dessen Türe Oncle Catiton klopfte. Es wurde geöffnet und zwar von Surcouf, welcher sich mit Ervillard ganz allein in dem Raum befand. Was gibt es? fragte der Erste. Er ist da, antwortete der Wirt. Wer? Der Kapitän? Ja, antwortete Oncle Catiton. Er arbeitet uns ganz außerordentlich in die Hände. Er braucht Matrosen und hat mir eine Genie versprochen für einen Jeden, den ich ihm verschaffe. Ah, Ber Ervillard, was meinst du dazu. Willst du Erster Offizier auf The Henn werden? Die Augen des Gefragten strahlten vor Vergnügen, als er antwortete, Robert Surcouf, du kannst dich auf mich verlassen. Sage mir, was ich zu tun habe. Es freut mich, dass du den Auge gerade so wie ich auf The Henn geworfen hast. Sie ist die schmuckste Seglerin, welche ich jemals gesehen habe, und darum soll sie unser werden. Ihr Kommandant ist der Kapitän zur See, William Horton. Er muss große dienstliche Fehler begangen haben, da man ihm nur diese Brigantine anvertraut. Überhaupt ist er kein ehrlicher Seemann, sondern ein Spitzbube, dem wir auf die Finger klopfen werden. Er weiß, dass Toulon nicht zu halten ist und dass die ganze Flotte in einigen Tagen den Hafen verlassen wird. Natürlich sticht auch er in See, will aber vorher erst einen Coup ausführen, welcher an und für sich schändlich ist, uns aber trefflich zustatten kommt. Das Haus unsers Onkle Calditan stößt nämlich an die Banque Oriental, in deren Kellern sich bedeutende Summen vermuten lassen. Das Eigentum der Bank steht natürlich unter öffentlichem Schutze, von außen ist dem selben nicht beizukommen. Da Ankle Calditan gemacht, um ihn vorsichtig auszuforschen. Calditan ist scheinbar auf seine Absichten eingegangen, und so haben beide beschlossen, von der Taverne aus mit Brechwerkzeugen in die Keller einzudringen. Das soll in der Nacht geschehen, bevor die Flotte den Hafen verlässt. Bei Onkle Calditan darf man natürlich nichts finden. In ihm gehörigen Anteil will der Kapitän in Barcelona deponieren. Was sagst du dazu, Bär Ervillard? Ich sage, dass dieser William Harten ein großer Schurke und ein noch größerer Dummkopf ist. Es gehört eine ungeheure Albernheit dazu, unseren Onkle Gaditan für so albern zu halten, auf ein solches Geschäft einzugehen. Das ist richtig. Ich glaube, dieser Kapitän hat einen großen Teil seines Verstandes vertrunken. Die Sache ist jedoch sehr vorteilhaft für uns. Um die Mauern zu bewältigen, braucht er eine ziemliche Anzahl kräftiger Männer. Er wird dazu seine eigenen Leute nehmen und also die Brigantine von Männern entblößen. Ist dies geschehen, so werden wir handeln. Sind wir zahlreich genug? Habe keine Sorge, ich habe eine Anzahl braver Burschen, welche sich zwar zerstreut in der Stadt befinden, aber in einer Viertelstunde zur Stelle sind, wenn ich sie brauche. Jetzt nun sagt uns Onkle Gaditan, dass der Engländer Matrosen brauche. Willst du dich melden, Bère Évillard? Wenn du mit einigen von meinen Jungens an Deck der Brigantine kommen könntest, so wäre das Unternehmen schon zur Hälfte gelungen. Ich bin bereit dazu. So hast du keine Zeit zu verlieren. Als Engländer darfst du ihm natürlich nicht kommen. Sage ihm, dass du einige Bekannte in der Nähe hast, welche auch gern einige Meilen Wasser zwischen sich und Frankreich bringen möchten. Am besten würde es sein, wenn er euch für Landratten hält, er kann dann weniger leicht Misstrauen schöpfen. Lass dir von Oncle Kaditon ein anderes Habit geben und komme dann wieder herauf. Während sich dies in der Taverne begab, rollte der Donner des Bombardement über die Stadt und die Rede hin. Er schwieg selbst während der Nacht nicht still und am anderen Morgen rüsteten sich die Truppen des Konvents zum Sturme. Es war noch dunkel, als Dugomier und Napoleon ihre Kolonnen gegen die Werke von Klein Gibraltar führten. Das Tiralieurfeuer und die Kathetschen der Engländer wüteten in der Weise unter den Franzosen, dass Dugomier, der sonst so Unerschrockene, sich mit den Worten »Wir sind verloren« zurückzog. Napoleon hatte sich aber im fürchterlichsten Kugelregen einen Weg in die feindlichen Redouten gebahnt und bald befand sich Klein Gibraltar in seinen Händen. Dann erstürmte er die beiden Forces Balanier und Éguilette und es erschienen die Deportierten des Konvents, um ihm ihren Dank auszusprechen. Er hatte heute die erste Stufe zum Konsulate und zum Kaisertrone erstiegen. Admiral Hood zog sich zurück. Zunächst lichteten die größeren Schiffe die Anker, dann sollten die kleineren folgen. Die Reden und das Meer waren von Schaluppen und Fahrzeugen bedeckt, welche sich mit Truppen und fliehenden Einwohnern an Bord des Geschwaders begaben. Unterdessen dauerte die Kanonade ununterbrochen fort, welche gegen die übrigen Befestigungswerke gerichtet war. Die Erde zitterte unter dem Donner der Geschütze, die See schäumte unter den peitschenden Schlägen von tausend Rudern, und die Luft zischte hinter den zahllosen Geschossen, welche sich nach allen Richtungen durchkreuzten. In der Stadt herrschte eine fieberhafte Aufregung. Man war auf den Gassen und Straßen derselben seines Lebens nicht sicher. Wer den Konvent zu fürchten hatte, der floh, und wer zurückblieb, der verbarrikadierte sich in seinem Hause mussten an den Befestigungen vorüber, welche sich jetzt in den Händen der Konvent Truppen befanden. Mehrere von ihnen wurden von den Artilleristen Napoleons in den Grund gebohrt. Darum blieben die übrigen zurück, um den Schutz der Nacht zu erwarten, wo sie meinten, mit größerer Sicherheit auslaufen zu können. Zu ihnen gehörte auch die Brigantine Bahem. Als der Abend hereingebrochen war, stellte sich der Kapitän Harten bei Oncle Catiton ein. Es befand sich kein einziger Gast in der Taverne, denn es gab niemand, der Zeit oder Lust gehabt hätte, in dieser Zeit der Not die Seinen zu verlassen, um nach alter Gewohnheit beim Glase zu sitzen. Wie steht es? Ist alles sicher? frug er den Wirt. Alles, antwortete dieser. Und drüben in der Bank? Man hat Wächter in Nach unten aber können diese nicht. Übrigens ist die Kanonade so stark, dass kein Lauscher ihre Arbeit vernehmen kann. Haben Sie genug Leute mit? Ja, öffnen Sie Ihren Keller, Sie werden gleich kommen. Im weiteren Aber werden Sie sich nicht um uns bekümmern. Hier ist der Schlüssel, und ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich es nicht bin, der sie belästigen wird. Aber sagen Sie Feuer eins, haben Sie die versprochenen Männer an Deck bekommen? Ja, es sind elf, zwar lauter junge unbefahrene Leute, die nur deshalb zu Schiffe gehen, weil ihnen hier der Boden unter den Sohlen brennt, aber ich bin doch froh, sie bekommen zu haben. Andere sind weniger glücklich wie ich, und die neun schwanzige Katze ist der beste Lehrmeister, den es gibt. Sie verwenden sie doch nicht zu dem jetzigen Unternehmen. Fällt mir gar nicht ein, sie sind mir nicht sicher genug, auf meine Teerjacken aber kann ich mich verlassen. Er nahm den Schlüssel und ging hinaus. Der Wirt nickte befriedigt vor sich hin und brummte, wirst dich wundern, alter Spitzbube, wie gut, dass er den Bär Evillard an Bord gelassen hat. Dieser wird mit den zehn Kameraden schon dafür sorgen, dass The Hen die rechten Hände kommt. Nach einiger Zeit vernahm er draußen das Geräusch zahlreicher Schritte und wenige Minuten später trat Robert Sucouf ein. Gefangen, lachte er, jetzt Onkel Kaditon gib uns noch einen guten Schluck, dann brechen wir auf. Stecken sie fest? Fest, wir haben so viele Tonnen auf die Tür gewälzt, dass sie diese vom Keller aus gar nicht zu öffnen vermögen. Auch habe ich dafür gesorgt, dass sie von der Bank aus gut empfangen werden. Es sind über zwanzig Männer, The Hen ist also entblößt, und so zweifle ich nicht, dass unser Streich gelingen wird. Ihr werdet sofort in See stechen? Nein, Robert Sucouf ist kein Einbrecher, der nur im Dunkel der Nacht sein Wesen treibt. Ich werde am hellen Tage und mit offener französischer Flagge den Hafen verlassen. Das würde keine Kühnheit mehr, sondern Wahnsinn sein. Desto sicherer wird es gelingen. Aber Dank für deine Hilfe, mein guter Onkel Kaditon. Du wirst von mir und den meinigen bald hören. Draußen im Flure standen gegen dreißig Männer, welche sich am Tage über in den oberen Räumen des Hauses verabschiedeten sich dann vom Wirte. Mit Surkuf an der Spitze begaben sie sich an das Wasser, wo sie die Boote fanden, auf denen Kapitän Hartem mit seinen Leuten angekommen war. Sie bestiegen dieselben und ruderten auf Vahen zu. Sie hatten die Brigante noch nicht ganz erreicht, so hörten sie, an Bord derselben jemand ein Liedchen pfiff. Das ist das Zeichen, flüsterte Surkuf. Die Unsrigen haben ihre Schuldigkeit getan und sich in den Besitz des Fahrzeuges gesetzt. Ahoi, Brigantin, rief er jetzt. Da bog sich ein Kopf über die Rehling des Schiffes herab und die Stimme Bär Evillias frug, Boote Ahoi, welche Männer sind es? Die Richtigen, antwortete Surkuf. Gras adieu, laß die Treppe herab, Jungs, der Kapitän kommt. Die Ankommenden stiegen an Bord und zogen dann die Boote nach. Bär Evillias hatte die Besatzung des Schiffes hinunter in den Kielraum gelockt und dort eingeschlossen. Die Brigantine befand sich in der Gewalt Surkufs und eine nähere Untersuchung ergab, dass ihre Ausrüstung bis auf das allerkleinste eine ganz vorzügliche war. Der schwierigste Teil der Aufgabe freilich war noch zu lösen. Es galt, das so leicht eroberte Fahrzeug nun auch zu behaupten. Während der Nacht versuchten mehrere Schiffe an den Batterien der Franzosen unbemerkt vorüberzukommen, aber die Kanoniere waren aufmerksam und ließen sich nicht täuschen. Surkuf blieb ruhig vor Anker liegen und verwendete auch den ganzen Vor- und Nachmittag nur darauf, die Brigantine für seine Zwecke einzurichten und ihr den möglichst hohen Grad der Seetüchtigkeit zu geben. Durch einen Boten, den er in die Taverne sandte, erfuhr er, dass die Engländer noch immer als Gefangene im Keller stecken und auch nicht eher hervorkommen dürften, als bis Verhen in See gegangen sei. Endlich am späten Nachmittag gab das Admirals Schiff den noch in den Häfen befindlichen Fahrzeugen das Zeichen schleunigst die See zu suchen und zu gleicher Zeit sah man die Besatzung von 13 französischen Orlok-Schiffen, welche sich an dem Aufstande gegen den Konvent beteiligt hatte, ihre Fahrzeuge verlassen, um sich an Bord der Engländer zu begeben. Bei diesem Anblick ballte Sokuf die Faust. Treulose Feiglinge, sagte er zu Bair-Evil-Jar, seinem Leutnant. Wir wagen das Leben, um dem Feinde eine kleine Brigantine abzunehmen und sie lassen neun Linienschiffe und vier Fregatten im Stiche, eine ganze Flotte, mit welcher ich diese Engländer um die Erde jagen würde. Sie verdienen an die große Ra gehängt zu werden, antwortete Evil-Jar. Aber ein Trost ist es, dass ihre Schiffe der Nation verbleiben werden, denn der Konvent wird sie schleunigst in Besitz nehmen. Meinst du wirklich? Ich sage dir, dass auf jedem dieser Schiffe bereits die Lunte brennt. In kurzer Zeit wirst du dreizehn riesige Flammen leuchten sehen. Ist es nicht möglich, wenigstens eines davon zu retten und in Besitz zu nehmen? Sercouf schüttelte den Kopf. Ich tue es nicht. Der Konvent hat mich abgewiesen. Ich habe kein Recht, mich eines seiner Schiffe zu sind wir zu wenig Mannen mit einem Orlock Schiff zu manövrieren. Unsere kleine Brigantine entspricht meinen Zwecken viel besser und ich halte es für geratener, dem Feinde ein Fahrzeug vor der Nase wegzunehmen als den Retter zu spielen, wenn ich weiß, dass ich statt des Lohnes nur Undank ernte. Ich habe diesem Kolonel Bonaparte gesagt, dass Frankreichs Flagge sich ihrer besten Schiffe im Werte von vielen Millionen verschlingen. Vielleicht denkt der Kolonel, wenn er die Flammen lodern sieht, an mich, gleich er mich so schnell vergessen wollte. Er wandte sich ab, um vor Anbruch der Nacht noch einmal alle Räume und die ganze Ausrüstung des Schiffes durchzumustern, denn es galt, des Fahrzeuges selbst in den kleinsten Einzelheiten mächtig zu sein. Der Abend neigte sich auf die unglückliche Stadt und kaum hatte sein Dunkel die Umrisse der Plätze und Straßen umhüllt, so ertönte ein Donnerschlag, welcher Erde und Wogen erbeben machte. Das Hauptmagazin war explodiert und in die Luft geflogen und zu gleicher Zeit stiegen aus dem Zeughause fünf mächtige Flammensäulen zum Himmel empor. Kaum war dies geschehen, so liefen an den Masten der dreizehn französischen Kriegsschiffe züngelnde Feuerschlangen empor. Die ganze Stadt und die Häfen wurden von diesen gewaltigen Feuern Tageshell erleuchtet. Alles, was Ruder und Segel besaß, flüchtete hinaus auf die offene See und nur die Brigantine blieb ruhig liegen. Sie war von den eroberten Forst aus ganz gut zu erkennen, man konnte von diesen Punkten aus sogar die Bemannung erkennen, welche sich auf den Rahn und dem Takelwerke befand, um den Anblick des feurigen Panoramas besser genießen zu können. Das Verhalten dieses Fahrzeuges musste natürlich auffallen, man konnte sich keinen Grund denken, weshalb sich dieser Engländer nicht auch in Sicherheit brachte und behielt ihn scharf und misstrauisch im Auge, bis nach einigen Stunden die Flammen erloschen und die Dunkelheit sich wieder über Land und See ausbreitete. Bereits mit Tagesanbruch stand Napoleon in einer der den Hafen beherrschenden Batterien. Er hatte während der Nacht nicht geschlafen, desgleichen auch General de Gommier, welcher an seiner Seite sich befand. Sie hatten die Fernrohre an den Augen und beobachteten das Fort Lamalc, welches ihnen noch Sorgen bereitete. Es schien verlassen zu sein, aber man konnte annehmen, dass es vorher unterminiert worden sei. Bei dieser Gelegenheit richtete Napoleon sein Glas auch auf die Brigantine, welche sich soeben aus dem aufsteigenden Nebel abzuzeichnen begann. »Was ist das?« rief er. »Bürger General, welcher Brigantine gestanden, welche uns so viel zu denken gab. »Wenn?« antwortete der Gefragte. »Man hat während der Nacht diesen Namen überstrichen und geändert. Das Wort ist ganz deutlich durch das Rohr zu erkennen.« Der General richtete sein Glas, las und schüttelte den Kopf. »Unbegreiflich,« meinte er. »Das steht geschrieben »Le Faucon. Es ist aus der englischen Henne, ein französischer Falke geworden.« »Was hat dies zu bedeuten?« »Nichts anderes als eine List, ein Verrat gegen uns. Pah, dieses kleine Fahrzeug kann uns nichts tun. Ah, jetzt hisst es die Segel. Mille Tonniere, die Wimpel haben französische Farbe. Man hebt den Anker, die Morgenluft bläht die Leinwand, die Brigantine will den Er trat an eine der Kanonen, deren Lauf er eigenhändig richtete. Dann lächelte er seiner Sache gewiss. Sie muss in Schusslinie vorüber, man will sehen, ob der Bürger Bonaparte noch zu schießen vermag. Der General gab mit der Hand ein verneinendes Zeichen. Der Mann da auf dem Hinterdecke kommt mir nicht wie ein Engländer vor. Ich bin kein Seemann, aber das sehe ich, dass sich das Schiff in ausgezeichneten Händen befindet. Es gehorcht wie ein Vollblut Pferd dem leisesten Steuerdrucke. Übrigens beobachtet uns der Kapitän ebenso durch das Rohr wie wir ihn. Bonaparte nahm sein Glas abermals vor und blickte hindurch. Dann zog er es rasch vom Auge, wischte es ab und schaute noch mal nach dem Befehlshaber der Brigantine. Dieser hatte ihn durch das Rohr erkannt, schwang sich in den Wanten empor und schwenkte grüßend seine Mütze. Er salutiert zu uns herauf, meinte der General. Er muss einen von uns beiden kennen. Ich bin es, den er kennt, antwortete Bonaparte. Ah, wer ist es? Bürger General, das ist eine Geschichte, welche ich erzählen werde, wenn mir mehr Muse dazu bleibt. Dieser junge Mann wollte vor dem Konvente ein Schiff haben. Man hat es ihm verweigert und nun hat er sich selbst eins genommen und zwar mitten aus der englischen Flotte heraus. Außerordentlich, ganz außerordentlich, wie hat er dies angefangen? Mir unbegreiflich, wir werden es erfahren. Er hat jedenfalls die Bemannung zu überwältigen gewußt. Ein kühner Bursche. Leider aber wird er seinem Verderben entgegen gehen. Draußen liegen die englischen Schiffe, sie werden ihn zusammenschießen. Leider. Hätte er den Namen des Schiffes nicht so augenfällig verändert, so wäre es ihm möglich, hindurchzukommen. Jetzt kam die Brigantine in das Bereich der Batterie. Mit einem lauten Kommandorufe brachte Sercouf seine Leute hinauf auf die Rahen, wo sie sich die Hände reichend Parade bildeten. Zu gleicher Zeit flog die französische Flagge empor und aus den Stückpforten krachte die gebräuchliche Zahl der Begrüßungsschüsse. Dies alles geschah mit einer solchen Gewandtheit und zierlichen Genauigkeit, dass selbst der sonst so kalte Bonaparte hingerissen wurde. Er kommandierte Feuer und gab mit geladenen Kanonen Antwort auf den Gruß des Mannes, den zu vergessen er sich vorgenommen hatte. Natürlich waren die Kugeln jetzt nicht gezielt, sie flogen weit an der Brigantine vorüber, welche mit graziöser Schwenkung den Bereiche der Batterie entsegelte. Kaum war sie vorüber, so wurde ein Mann am Bug herabgelassen, der sich mit der Inschrift zu schaffen machte. Jetzt sahen die Papier überklebt worden war, auf welchem die beiden Worte Le Faucon standen. Diese Worte wurden jetzt entfernt und nun kam wieder der frühere Name The Hen zum Vorschein. Ah, Diable, er hat uns betrogen, rief General Dugommier. Die ganze Szene war nur Komödie, um unangefochten an der Batterie vorüber zu kommen. Man hat ihm kein Schiff gegeben und nun ist er zu dem Feinde über gegangen. Das glaube ich nicht, antwortete Napoleon. Dieser Zirkuff ist keines Verrates an seiner Nation fähig, denn er ist eigentümlicherweise ein frommer Christ und guter Katholik. Diese Art von Leuten hat neben anderen Eigenschaften auch die, dass man auf sie rechnen kann. Ich glaube eher, dass er beabsichtigt, die Engländer zu dupieren. Das werden wir sehen, sobald er flog mit vollen Segeln und zierlich sich zur Seite neigend über die Rede dahin. Draußen kreuzten die Dreimaster der Engländer. Man konnte mit dem bloßen Auge jedes einzelne Schiff erkennen. Am deutlichsten war das Flaggenschiff zu unterscheiden, auf welchem sich Admiral Hood in eigener Person befand. Die Brigantine hielt gerade auf dasselbe zu, sie wurde noch immer von den Fernrohren der beiden Offiziere verfolgt. Er segelt das Signalschiff an. Er ist wirklich ein Abtrünniger, sagte General Dugumier. Wir wollen noch warten, meinte Napoleon. Diese Episode ist wirklich hoch interessant. Könnte er sich in die Nähe des Flaggenschiffes wagen, wenn er den Engländer wirklich entkommen will? Das scheinbar Schwierigste ist zuweilen just das leichteste. Ah, was ist das? Die Leute, Ja, sie gingen vor zwei Minuten hinab. Jetzt, da sie zurückkehren, tragen sie die Uniform englischer Seeleute. Ihr ahnt, was dieser verteufelte Sorkuf beabsichtigt. Wenn meine Vermutung in Erfüllung geht, so ist dieser junge Britannier allerdings ein Mann, dem man ein Schiff hätte anvertrauen sollen. Die Wangen des kleinen Korsen röteten sich. Die Brigantine nahm jetzt sein regstes Interesse Er dachte nicht an Toulon, an die gewaltigen Werke, welche vor ihm lagen, sondern er sah nur das kleine Fahrzeug, welches keck und kühn den stolzen Linienschiffen Englands in die Zähne segelte. Der Mensch wird doch nicht so verrückt sein, zu glauben, dass er an diesen Punkte die Linie durchbrechen kann, hob der General wieder an. Er müßte sich weiter nach Osten halten, um dem Feinde den Wind abzugewinnen. Wer weiß, welcher Berechnung erfolgt. Vielleicht hat er trotz der kurzen Zeit The Hen genau genug kennengelernt, um zu wissen, was er mit ihr wagen kann. Voila! Da dreht das Flaggenschiff bei. Er hat das Zeichen gegeben, dass er mit dem Admirale reden will. Jetzt kam ein Augenblick der größten Spannung. Das Flaggenschiff hatte beigedreht, indem es den voll im Winde ließ, den anderen aber so braste, dass der Wind von außen empfangen wurde. Nun hätte man erwarten sollen, dass die Brigantine ihre Segel fallen ließe, stattdessen aber setzte Sirkuf einen Sternsegel nah am Winde bei und ließ den Helmstock des Steuerruders an der Leeseite festbinden. Dadurch wurde der Vorderteil des Schiffes der Hohen See zugekehrt und die beiden Fahrzeuge trieben einander langsam entgegen. Napoleon sah durch das Rohr Sirkuf auf dem Hinterdecke stehen, in englischer Uniform und das Sprachrohr in der Hand, aber in einer solchen Haltung, dass man vom Flaggenschiff aus sein Gesicht noch nicht zu sehen vermuchte. Kaum noch fünf oder sechs ihrer eigenen Längen war die Brigantine von dem Dreimaster entfernt, da winkte Sirkuf mit dem Rohre. Sofort riss der Mann am Steuer das Tau vom Ruder und das Sternsegel wurde gerefft. The Henn nahm frischen Wind und kam wieder in schnelle Fahrt. Statt anzuhalten, strich sie mit ziemlicher Schnelligkeit an dem Dreimaster vorüber. Napoleon sah, Sirkuf abermals den Arm erhob. In diesem Augenblick legte sich die Brigantine schwer zur Seite und die französische Flagge flog empor. Zunächst erblickten die beiden Offiziere einen leichten Rauch, welcher der Breitseite des kleinen Fahrzeuges entquoll. Dann sahen sie das große stolze Flaggenschiff bis an die Spitze seiner Masten erzittern und einige Augenblicke später hörten sie den Donner der Kanonen, mit denen der kühne Britannia das Orlock-Schiff begrüßt hatte. Eine Minute nachher fasste die Brigantine vollen Wind und ehemann auf dem Lenienschiff sich von seinem Erstaunen erholt hatte, war sie bereits aus sicherer Schussweite gekommen. Man sah, welche Verwirrung dieses außergewöhnliche Intermezzo auf dem Admiralschiffe hervorrief. Es wendete und jagte dem Flüchtling eine Breitseite nach, aber ohne zu treffen. Dann flogen Signale an den Leinen empor, welche von den anderen Schiffen beantwortet wurden, und bald befanden sich alle verfügbaren Fahrzeuge auf der Jagd nach dem verwegenen Zwerg, welcher es gewagt hatte, den Riesen zu täuschen und mit ihm anzubinden. Ah, excellent, excellent Tissime, rief General Dugommier, indem er tief aufatmete. Dieser Mensch ist wirklich ein kleiner Teufel, der alles Lob verdient. Lob? erwiderte Bonaparte. Bürger General, was dieser Robert Sucouf geleistet hat, ist über alles Lob erhaben. Ich, Napoleon Bonaparte, sage, dass er eine Schlacht gewonnen hat. Ich wünsche von Herzen, dass er entkommt. Stände ich an der Spitze der Marine Angelegenheiten, so würde ich ihn zurückrufen, um ihm eine Flotte anzuvertrauen. Ich habe mich in diesem Genie getäuscht. Drei Tage später trat ein korsischer Fischer aus Calvi bei ihm ein. Dieser hatte die Brigantine Lefaucon getroffen und von dem Befehlshaber derselben einen Brief erhalten, um ihn bei Napoleon abzugeben. Derselbe lautete »An den Bürger Colonel Bonaparte. Ich habe mein Wort gehalten und mir ein Schiff genommen. Wenn Gott mich beschützt, so dass ich unbeschädigt an Gibraltar vorüberkommen, wird man bald weiteres von meinen Träumen hören. Robert Napoleon Bonaparte faltete das Papier langsam und nachdenklich zusammen. Und doch ahnte er nicht, dass er einen der größten Fehler seines Lebens begangen hatte, als er diesem Manne seine Protektion verweigerte. Ende von Kapitel 2 Kapitel 3 Der Flug des Falken Teil 1 von Robert Surkouf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Gesine Robert Surkouf von Karl Mai Kapitel 3 Der Flug des Falken Teil 1 Seit den letzterzählten Ereignissen waren sieben Jahre vergangen. Napoleon hatte in Italien seine Adler steigen lassen, in Ägypten seine Siege erfochten und war erster Konsul geworden. Der kleine Korse regierte mit Combacires und Lebrun das Land, war aber in Wirklichkeit der einzige Regent Frankreichs. Die Prophezeiung Robert Surkoufs hatte sich erfüllt. Die Nation war von inneren Kämpfen zerrissen und von äußeren Kriegen geschwächt worden. Zulande war ihr der Sieg treu geblieben, zur See aber hatte sie sich stets schwach gezeigt. Napoleon war ein großer Feldherr, aber ein schlechter Admiral. Es fehlte an einem Geiste, welcher berufen gewesen wäre, ein Bonaparte zur See zu sein. Die Marine war Frankreichs schwächste Seite und darum war England der gefürchtetste Gegner desselben. Der eines großen Geistes würdige Plan Napoleons, England in Ägypten und Indien anzugreifen, war an der Unfähigkeit des Admiral Brouilliers gescheitert, welcher sich trotz seiner Übermacht von Nelson bei Abu Kir schlagen ließ. Das stolze Albion beherrschte alle Meere, sein Krämer Sinn übte auf die Schifffahrt aller Nationen einen Druck, der sich kaum ertragen ließ. England schrieb Gesetze vor und endete dieselben nach Belieben. Es trachtete nach dem Monopole des Handels, nach der Beherrschung des Weltverkehrs und erzwang sich auf diesem Wege des Druckes und der Pressung ungeheure Summen, mit denen es wieder imstande war, sich die Kabinette zu erkaufen und die Regierungen also von sich abhängig zu machen. England schien unverwundbar zu sein. Es besaß neben Nelson hunderte von Seemännern, denen Frankreich nicht einen einzigen entgegenstellen konnte. Es lachte der Anstrengung seiner Feinde, es erlaubte sich die brutalsten es konnte dies ungestraft tun, es konnte die aufrichtig gemeinten Friedensanbietungen des ersten Konsuls mit verächtlichem Schweigen oder mit beleidigenden Floskeln beantworten, denn der einzige Franzose, den es fürchtete, wirklich fürchtete, schwamm in einem kleinen, unanseelichen Fahrzeuge auf fernen Meeren und hatte sich selbst aus seiner Heimat verbannt, weil er von derselben verstoßen worden war und da draußen in der Fremde Menschen gefunden hatte, die ihn liebten und verehrten, die ohne seinen Schutz nicht leben konnten und ohne seine Hilfe elend umgekommen wären. Und dieser einzige war kein anderer als Robert Surcouf, der kühne Sohn der Bretagne. Es war an einem lichten Sommertage. Die Sonne Indiens neigte sich dem Untergange entgegen, sodass die Schatten der Masten riesenhaft über die Wogen fielen. Während des Tages hatte die glühende Hitze nicht einen erfrischenden Windhauch aufkommen lassen. Jetzt aber erhob sich ein leises Lüftchen, welches von Viertelstunde zu Viertelstunde immer stärker wurde und im Hafen von Pondicherie die warmen Fluten zu kräuseln begann. Pondicherie, ursprünglich eine französische Kolonie, war den Franzosen im Jahre 1793 von den Briten abgenommen und dem Nahub von Kanatik übergeben worden. Man hatte die Festungswerke geschleift und auch in übriger Beziehung alle französischen Erinnerungen zu verlöschen gesucht. Gerade jetzt lag der Hafen voller Schiffe. Der in dieser Jahreszeit herrschende Südwestmonsoon hatte sie herbeigeführt und bot ihnen treffliche Gelegenheit, ihren Weg nach Osten weiter fortzusetzen. Es waren Fahrzeuge aller Nationen vorhanden, nur kein französisches, denn den Schiffen dieser Nationalität erschwerte man durch allerlei Schikanen die Einfahrt und ein Kriegsschiff derselben brauchte den Versuch, hier die Anker zu werfen, gar nicht zu machen. Etwas weiter vom Lande entfernt als die anderen Schiffe lag eine kleine Brigg mit Schonertakelage. Es war ein Yankee, welcher die Aufmerksamkeit der anwesenden Kapitäns nicht wenig in Anspruch nahm. Die Brigg hatte die neue amerikanische Bauart, scharfes bis an die Galion verlängertes Vorderteil, schmale Brust und ungewöhnlich schlanken Körper. Sie zeichnete sich jedenfalls durch ihre feinen Wasserlinien und eine Schnelligkeit aus, welche man recht auf gut 16 bis 17 Seemallen für die Stunde annehmen konnte. Diese Brigg war gewiss ein ausgezeichneter Küstenfahrer, aber es gehörte ein kühner, trefflicher Seemann dazu, sich mit einem so leicht dem Kentern ausgesetzten Fahrzeuge über den großen Ozean zu wagen. Und dieser Seemann war noch so jung, er konnte kaum 30 Jahre zählen. Er hatte Wein und Spirituosen geladen, welche er gegen Opium und Indigo umzutauschen beabsichtigte. Er hatte aber seine Ladung noch keinem angeboten. Ganz in der Nähe dieser Brick lag ein Engländer, ein großes dreimastiges Kauffahrteischiff. Es hatte hier ausgezeichnete Geschäfte gemacht und wollte morgen den Anker lichten. Für heute Abend aber gab der Kapitän seinen Handelsfreunden ein Abschiedsfest, zu welchem auch die Kapitäns der nahegelegenen Schiffe geladen waren. Als der Abend hereingebrochen war, ließ der Engländer einige Raketen einsteigen, worauf die Geladenen von ihren Schiffen stießen, um bei ihm an Deck zu kommen. Auch der Amerikaner stellte sich ein. Vom Lande kamen die Gäste herbeigerudert und brachten ihre Frauen und Töchter mit. Eine Musikkapelle war schon an Bord. Nach kurzer Zeit klangen die lustigen Weisen derselben über die Wogen dahin. Das Vorderdeck war zum Tanzen geräumt und im Hinterteile nach Belieben erfrischen konnte. Am muntersten ging es während der Tafel zu. Toast verdrängte Toast. Die Herren waren bereits ein wenig angeheitert und ließen sich nach Seemanns Art mehr gehen, als es eigentlich die Anwesenheit der Frauen gestattet hätte. Natürlich wurden allerlei merkwürdige Sehgeschichten erzählt, ein jeder hatte etwas Ungewöhnliches erlebt und es kam manche Münchhausen Jade zum Vorscheine, über welche herzlich gelacht wurde. Aber man erzählte auch Ernsthaftes, zum Beispiel von berühmten Kaperschiffen. Bei diesem Thema schlug einer der Kapitäns mit dem Faust auf den Tisch und sagte, Geht mir mit euren Kapers und Privateers, sie sind doch nichts gegen den Falken am Äquator. Wer unter euch hat ihn gesehen? Keiner antwortete und der Sprecher fuhr fort, so bin ich es still ruhig erzählt Kapitän wie sieht er aus was tat er welches Schiff hatte er das war vor zwei Jahren unter fünf Grad nördlicher Breite und ungefähr auf der Länge von Adaman wir hatten einen Sturm wie ich ihn noch nie erlebt habe und das will viel sagen der Tag war finster wie die Nacht der Orkan schien aus allen Richtungen auf uns einzufahren der Himmel hing bis auf die Wasser nieder und die Wogen stiegen bis an die Wolken empor da plötzlich sahen wir beim Scheine der Blitze ein fremdes Fahrzeug dessen Schnabel gerade gegen unseren Bug gerichtet war seine Segel glänzten weiß wie das Federfell eines Schwanes und glaubt oder glaubt nicht der Halunke hatte kein einziges Reff gelegt er fuhr mit voller Leinwand auf uns ein es war Angst vor dem Zusammenprall und befahl dem Manner am Steuer einen Strich abzufallen da schoss der Fremde an uns vorüber so nahe dass ich ihn mit der Hand greifen konnte ich nahm das Sprachrohr an den Mund und rief ihn an Schiff ahoi welches Fahrzeug ich sah keine Menschenseele auf dem Deck ein einziger Mann hing in den Backbord Banden dieser brauchte kein Rohr er legte der Falke des Äquators Kapitän Surcouf gebt ihm eins Feuer da es sehe ich drüben die französische Flagge und unter ihr die blutrote wehen es tun sich sechs Geschützpforten auf und wir bekommen die Kugeln in den Rumpf während der Franzose im Dunkeln des Wetters verschwindet na wir haben die Löcher verstopft und weiter keinen großen Schaden gehabt aber wenn der Kerl bei solchem Sturme den Spaß nicht lassen kann wie mag es dann erst gehen wenn er bei sicherer See einmal ernst macht ja meinte einer der Zuhörer er soll ein entsetzlicher Kerl sein Admiral Seymour sagte von ihm er hat eine jährliche Rente von 365 gekaperten Schiffen und das ist genug gesagt er segelt mit seinem Zweimaster die größten Schiffe an und soll selbst ein Orlog Schiff ernsten Ranges nicht fürchten oho rief der Kapitän welcher den Wirt machte mir sollte er nicht kommen ich würde ihn schlimm heim schicken so war ich James Sarald heiße sprecht nicht zu viel Kapitän warnte einer kennt ihr die Angriffsweise dieses Robert Surcouf nun er ist kein Seeräuber er zeigt euch ganz ehrlich seine Flagge und kommt an euch heran ohne einen Schuss zu tun Bord an Bord aber springt er mit 20 Mann zu euch an Deck wehrt ihr euch so braucht er seine Waffen ergebt ihr euch aber so geschieht euch kein Leid er führt euer Schiff nach dem Hafen der nächsten französischen Kolonie wo es im Namen Frankreichs mit Beschlag belegt wird ihr erhaltet richtige Bescheinigung und Reisegeld um nach Hause zu kommen weiter nichts mit 20 Mann Sarald rief ein anderer in der Nähe des Amra Vorgebirges hat er mit 20 Mann den Benenien geentert ein Schiff der Ostindischen Kompanie mit 26 Kanonen schwersten Kalibers und über 200 Mann Besatzung alle gut bewaffnet Fußnote diese Tat ist geschichtlich wahr so unglaublich sie auch klingen mag Ende der Fußnote ich mag ihm nicht begegnen und ich wünsche nun grad ihm zu begegnen behauptete Sarald sprecht diesen Wunsch nicht aus denn er könnte in Erfüllung gehen meinte sehr ernst der Amerikaner welcher bisher schweigend zugehört hatte es soll mit Sjorkuf nicht zu scherzen sein oh ihr mögt euch vor ihm fürchten ihr mit eurer Nuss Schale antwortete Sarald aber ich würde ihm nur mit der neunschwänzigen Katze antworten der Yankee lächelte indem er kopfschüttelnd bemerkte darauf könnte sehr leicht eine Gegenantwort erfolgen die noch schlimmer als die Katze wirkt was aber meine Nuss Schale betrifft so dürfte sich dieselbe mehr Respekt erwerben als euer Dreimaster oh soll das eine Beleidigung sein ich bin euer Gast und pflege einen Gastfreund zu ehren aber nicht zu beleidigen um euch jedoch zu beweisen dass ich auf meine Nuss Schale stolz sein kann will ich euch einmal ein Manöver von ihr zeigen welches mir nicht leicht einer nachmachen soll was wäre das passt auf er trat an die Riegeling legte die Hand an den Mund und rief nach Lee hinüber wo in einer Entfernung von vielleicht 500 Faden seine Brick lag Ahoi Hervillard Ahoi antwortete es durch ein Sprachrohr von drüben herüber Anker auf Eiser Bei allen Stürmen meinte der welcher vorhin die Begegnung mit dem Falken erzählt hatte Kapitän ihr habt ja eine wahre Posaunen Stimme fast wie damals Surkuf als er mir die sechs Kugeln gab Die Versammlung war im höchsten gerade begierig was geschehen werde man erhob sich und drängte nach der lehseite um die Brick zu beobachten man sah dass sie den Anker hob und ihre Leinwand entfaltete dann rief der Yankee my ladies darf ich bitten mir einmal nach dem Achterbord zu folgen ich kann dort am besten mein Manöver erklären sie folgten ihm ohne Ausnahme nach dem hoch gebauten Kanten befanden einige Matrosen ausgenommen welche die Gäste zu bedienen hatten die anderen Deckhände befanden sich im Unterraume wo sie sich heut beim Grog gütlich tun durften seht meinte der Yankee wie meine Brick dem einen Segel gehorcht ein unvergleichliches Fahrzeug ein solcher Segler würde für Surkouf passen aber apropos es wurde vorher nicht geglaubt dass es mit 20 Burschen ein Schiff mit 200 Kanonen weggenommen hat was ist wohl schwieriger ein solches Schiff zu nehmen oder mitten in einem besuchten Hafen mit 20 Mann einen gut bewährten Dreimaster zu entern das letztere ist geradezu unmöglich antwortete ein alter Seemann der wohl bereits über 50 Jahre lang die See gepflügt hatte wirklich Kapitän es soll Leute geben die auch dieses Stück dem Surkouf zutrauen mit 20 Mann Ja wir haben ja gehört dass er die Gewohnheit hat mit nur 20 Mann anzugreifen aber das sollen auch Bursche sein die sich nicht fürchten die Großmutter des Teufels aus der Hölle zu holen seht seht da kommt die brig wie maliziös sie herantänzelt gerade als ob sie sich über den mächtigen dreimaster lustig machen wollte der kleine david über den goliath aber was soll das frug Kapitän serald was soll die brig so nahe bei mir es ist das manöver zu welchem ich euch hier auf dem achterdeck versammelt habe seht jetzt ist sie da sie lässt die jungens an deck aber ich frage noch einmal wozu dieses manöver was sollen eure jungens an meinem board zählt sie einmal es werden genau zwanzig sein meine herren und damen ich gebe mir die ehre mich ihnen vorzustellen ich bin kein amerikaner der weine und spiritus geladen hat ich habe geladen einige hundert enterbeile verschiedene zentner pulver ein ganzes arsenal vortrefflicher waffen und zwanzig kanonen bei denen genug leute stehen um diesen guten dreimaster in den grund zu bohren mein name ist robert surcouf es lässt sich nicht beschreiben welche wirkung diese worte auf die versammlung hervorbrachten die harten unerschrockenen männer die so manchen gefahren furchtlos in das auge geschaut hatten verstummten vor dem namen den sie soeben gehört hatten sie blieben sogar unbeweglich als einige der leute surcoufs aufs schleunigste die lupen besetzten damit die matrosen des kauffahrers nicht an deck kommen konnten kapitän serreld fasste sich zuerst robert surcouf fragte er seid ihr wirklich surcouf ich bin es und diese brigg ist der falke des äquators sehen sie meine leute an monsieur dieselben werden sehr höflich mit ihnen sein solange sie es verdienen an demjenigen aber welcher zu widerstreben wagt werden sie die schärfe ihrer waffen erproben bedenken sie dass sie es mit zwanzig burschen zu tun haben welche nicht gewöhnt sind ihre feinde zu zählen und bedenken schiff in den grund zu schießen sie haben von surcouf gehört aber sie haben ihn noch nicht gesehen heute soll ihnen die ehre zuteil werden ihn kennenzulernen es sind frauen an bord und robert surcouf ist ein franzose ein franzose wird nie die achtung und ehrerbietung verletzen welche er frauen schuldig ist darum will ich heute einmal nicht daran denken dass sie die feinde meines volkes sind und dass mein schiff ein kaper ist dem sie verfallen sind was ich verlange können sie leicht gewähren ich wünsche dass meine braven jungens an dem feste teilnehmen dürfen welches sie geben ich wünsche ferner dass ihnen ein tänzchen erlaubt sei mit den frauen welche dieses fest verschönern wenn sie mir dies gewähren so verspreche ich ihnen und dass unser geselliges beisammen sein so fröhlich enden wird wie es begonnen hat surcouf hat lauter anständige männer an bord der letzte seiner leute ist ein kavalier jetzt haben sie zu entscheiden tun sie es schnell er verbeugte sich und trat einige schritte zurück um mit den beiden pistolen zu spielen welche er aus der tasche zog die männer welche ohne ausnahme waffenlos waren steckten verlegen und flüsternd die köpfe zusammen die weiblichkeiten aber betrachteten mit furchtsamer neugierde den berühmten privateer und seine untergebenen welche bis an die zähne bewaffnet das achterdeck von dem übrigen raume abgesperrt hielten die beratung der männer war bald zu ende und der älteste von ihnen nahm das wort kapitän surcouf wir gestehen ihnen dass sie uns in eine zweifelhafte lage gebracht haben unsere pflicht wäre es mit ihnen zu kämpfen halt unterbrach er sich als er sah dass surcouf bei dem letzten worte die hähne seiner pistolen aufzog lassen sie mich ausreden wir sollten eigentlich mit ihnen kämpfen aber sie selbst sagen mit recht dass die gegenwart unserer frauen und töchter einige rücksicht erfordert es soll daher zwischen uns ein waffenstillstand geschlossen werden welcher bis zum anbruch des morgens dauert dagegen verlangen wir jedoch dass das uns von ihnen gegebene versprechen buchstäblich erfüllt werde es wird erfüllt ich gebe ihnen mein ehrenwort antwortete surcouf doch werden sie mir eine notwendige bedingung gestatten solange ich mich bei ihnen befinde darf kein mensch ohne meine ausdrückliche erlaubnis an bord kommen noch von bord gehen oder sonst etwas unternehmen was meine sicherheit gefährdet und sie dadurch in gefahr bringen würde mein schiff bleibt längst seit bei dem ihrigen liegen um die erfüllung meiner bedingungen zu überwachen und sobald die sonne am horizont steht ist der waffenstillstand abgelaufen reichen wir uns als ehrenmänner zum zeichen des einverständnisses die hände diese bedingungen wurden angenommen und ein jeder bekräftigte durch handschlag sie zu halten nun gab kapitän sarreld ein zeichen und die musik begann aufs neue männer und weiber durften das vorderdeck wieder betreten freund und feind mischte sich untereinander die leute des falken zeigten sich gegen die frauen so zart und anständig dass das vergnügen nicht durch den geringsten hauch getrübt wurde endlich lange nach mitternacht gab surcouf während einer pause das zeichen das er sprechen wolle man bildete einen kreis um ihn monsieur und mesdame sagte er ich stehe im begriff für mich von ihnen zu verabschieden ich danke ihnen für die ehre welche sie mir durch die erlaubnis an ihrem vergnügen teilzunehmen erwiesen haben noch mehr aber danke ich ihnen dafür dass ich nicht gezwungen worden bin von meinen Waffen gebrauch zu machen ich meine vorschläge abgewiesen so lebten viele von ihnen nicht mehr und dieses schiff befände sich jetzt als meine prise auf dem wege nach einem französischen hafen suchen sie unter ihren bekannten meine bitte zu verbreiten mir nicht unvorsichtig zu widerstreben wenn ich meine flagge zeige das schiff welches ich einmal als feind betrete verlasse ich entweder als sieger oder es fliegt mit mir und seiner england bereitet meinem vaterlande einen fortdauernden unersetzlichen schaden zürnen sie also nicht mir wenn man repressalien gebraucht england hat uns die besten schiffe unserer marine genommen oder zerstört verdenken sie es nicht mir wenn nun auch ich ein jedes britisches fahrzeug nehme welchem ich begegne wir scheiden jetzt in frieden wünschen wir um ihre wille nicht daß wir uns auf offener see wieder sehen denn dann würde ich es sein welcher aufspielen läßt aber zu einem weniger friedlichen tanze kapitän sarreld mag jedoch überzeugt sein daß sein schiff der einzige engländer ist den robert surcouf betreten hat ohne ihn ins schlepptau zu nehmen er hat dies den frauen zu verdanken leben sie wohl fünf minuten später flog der falke mit vollen segeln hinaus in die offene see die kapitäns zurück um die erfahrung reicher dass frankreich einen seemann besitze der für einen höheren wirkungskreis geboren sei er hatte in ihnen neue und eifrige verbreiter seines ruhmes gefunden fußnote auch der ballabend auf dem englischen dreimaster ist geschichtliche tatsache ende der fußnote wenig über eine woche später ging in pondicherie die nachricht ein dass robert surcouf auf der höhe von colombo ein englisches handelsvoll schiff weggenommen habe darauf sei er einer corvette mit 25 kanonen begegnet die ihm die prise wieder abnehmen wollte aber er habe auch diese corvette geändert und dann beide schiffe nach isle de france gebracht diese vollständig verbürgte nachricht trug nicht dazu bei die furcht vor dem kühnen kaper zu vermindern das indische gouvernement traf maßregeln über maßregeln es sandte kriegsschiffe aus um surcouf zu fangen oder zu töten es setzte sogar einen hohen preis auf seinen kopf aber diese bemühungen blieben ohne allen erfolg ende von kapitel 3 der flug des falken teil 1 abschnitt 2 von kapitel 3 von robert surcouf dies ist eine libri vox aufnahme alle libri vox aufnahmen sind lizenz frei und in öffentlich besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei libri vox punkt org es liest herr klugbeißer robert surcouf von karl mai kapitel 3 der flug des falken abschnitt 2 napoleons plan england in indien anzugreifen war an der unfähigkeit seines admirals gescheitert und hier brachte ein einzelner mann der nur ein kleines fahrzeug befehligte einen schrecken über alle indischen besitzungen des stolzen albion einen schrecken welcher den handel englands ungemein schädigte da man sich mit reicher fracht kaum mehr in jene breiten getraute und die versicherungsbanken ganz bedeutende prämien forderten ehe sie die garantie einer ladung übernahmen welche nach dem jagdgebiet surcoufs bestimmt war natürlich war der ruf seiner taten längst nach frankreich gedrungen besonders durch den gouverneur von mauritius bei welchem er seine prisen zu deponieren pflegte und von welchem auch die daraus gelösten summen nach paris übermittelt wurden man ward auf ihn aufmerksam die marine behörde trat unter der hand mit ihm in unter handlung sie ließ ihm durch dritte und vierte stelle immer höher steigende anerbietungen machen er aber tat als ob er diese offerten nicht verstehe oder nur für eine leere phrase halte da plötzlich tauchte das gerücht auf dass ein berühmter englischer parteigänger mit kaperbriefen nach indien gekommen sei um sich den auf sirkuf gesetzten preis zu verdienen er hatte sein schiff eagle also adler genannt um anzudeuten wie sehr er dem falken überlegen sein werde dieser kapitän hieß scooter hatte eine sehr bewegte vergangenheit hinter sich und war besonders berüchtigt durch die härte mit welcher er die disziplin eines schiffes handhabte die wahrheit dieses gerüchts bewährte sich denn man hörte sehr bald dass scooter einige kleine französische kauffahrer weggenommen hatte die mannschaft der klinge springen lassen trotzdem sie völlig unbewaffnet in seine hände gefallen war diese grausamkeit verstieß gegen alles völkerrechtliche übereinkommen und rief die missbilligung aller menschlich denkenden hervor noch entrüsteter aber wurde man über ihn als man erfuhr dass er einen förmlichen und zwar mitleidlosen krieg mit allen menschen führer die franzosen waren er suchte die inseln und küsten des indischen meeres förmlich ab und fand er in irgendeiner niederlassung einen ansiedler französischer nationalität so war es um diesen und sein eigentum geschehen ganz besonders hatte er es auf die missionäre katholischen bekenntnisses abgesehen fiel ein solcher glaubensbote in seine hände so war derselbe unbedingt verloren man erzählte sich sogar dass er solche gefangene gewöhnlich den wilden inselbewohnern ausgeliefert habe wo sie vor dem tode die raffiniertesten leiden zu erdulden gehabt hätten auf diese weise verschwand damals mancher priester der mission welcher sich vereinzelt in jene breiten gewagt hatte und während er auf borneo zelebis oder timor einem fürchterlichen schicksale erlag glaubten die seinen ihn so lange auf einer jener inseln in voller christlicher tätigkeit bis sie nach jahren ihn endlich für verschwunden erklären mussten die die taten hatte scooter in demjenigen teile der küste von java verrichtet welcher der insel bali gegenüber liegt um diese zeit lag in dem kleinen javanischen hafen kalima ein kleiner klipper vor anker an dessen brust man den namen je frau hanje lesen konnte nach diesem namen zu urteilen schien er niederländische nationalität zu sein trotzdem sein bau sehr von dem in holland gebräuchlichen abweg es bekümmerte sich übrigens kein mensch um ihn denn kalima war damals erst im entstehen begriffen und man hatte mehr zu tun als sich um die schiffspapiere eines friedlichen kleinen seefahrers zu bekümmern der bedeutendste ansiedler kalimas war ein gewisser davidson welcher mit dem kapitän derje frau hanje geschäfte haben mußte denn dieser hatte sich bei ihm einlogiert während seine leute ohne ausnahme an deck hatten bleiben müssen die beiden männer saßen in einer offenen veranda deren blätterdach genügenden schutz vor den sonnenstrahlen bot rauchten feine sumatra und lasen in den neuesten zeitungen deren datum aber trotzdem mehrere monate älter war damals bedurfte es fast eines vierteljahres um eine europäische zeitung nach java zu expedieren also hört kapitän der napoleon ist zum lebenslänglichen konsul ernannt worden bemerkte der ansiedler ich las es bereits vorhin nickte der angeredete welcher kein anderer als jürguf war man wird nächstens die nachricht erhalten dass er könig oder kaiser geworden ist sprechen sie im ernste voll konsul bonaparte ist ein mann der nicht auf halbem wege stehen bleibt sind sie ein bewunderer von ihm nicht obgleich ich anerkenne dass er ein genie ist ich diene meinem vaterlande und achte einen jeden welcher sich bemüht dasselbe von dem drucke englands zu befreien in diesen punkte besitzt der konsul meine vollste sympathie nur weiß ich nicht ob er den allein richtigen weg zum ziel einschlagen wird die macht englands wurzelt in seinen kolonien und dem vorrang welchen es sich in angelegenheiten des welthandels angemaßt hat man nehme ihm diese kolonien man führe seinen merkantilischen einfluss auf das richtige maß zurück man schwäche seine verbündeten und stärke seine gegner was weiß ich noch ich bin nicht konsul und es genügt ja wenn nur er das richtige trifft die hauptsache aber ist die schaffung einer flotte welche achtung zu gebieten vermag der konsul ist seinem lande und seinem volke die politik des friedens schuldig und wenn wenn er dies beherzigt so kennt er nur einen einzigen wirklichen feind und dieser heißt england dieser gegner aber ist erfolgreich nur zur see zu bekämpfen wie wie sie es im kleinen tun kapitän übrigens muss es für einen mann von ihren fähigkeiten mit einer gewissen überwindung verbunden sein friedliche kauffahrer wegzunehmen warum meinen sie vielleicht weil dieses verfahren der piraterie ähnlich sieht kennen sie einen größeren piraten als england es untersucht und konfisziert nach belieben die handelsschiffe friedlicher mächte es schließt die häfen der nationen nach gut dünken es tötet den handel und dadurch das gewerbe der völker es macht auf diese weise millionen fleißige arbeiter brotlos nur um alles an sich selbst zu reißen was es im großen tut tue ich im kleinen während es gegen nationen sündigt welche kein verschulden trifft operiere ich ehrlich und offen gegen einen feind der sich ebenso rücksichtslos wie unversöhnlich zeigt verurteilen sie mich wenn sie es können hat england nicht hunderte von kapern unter segel und was für männer sind dies denken sie nur an den nichtswürdigen scooter welcher kein mensch sondern ein teufel ist sollen wir die waffen senken um uns feig und wehrlos ersticken zu lassen und wenn ich dies tun wollte so dürfte ich es nicht denn ich habe heilige verpflichtungen zu erfüllen auf meinem schiffe befinden sich 40 wackere männer welche ich zu ernähren habe und glauben sie ja nicht dass dies meine ganze Familie ist in bengalen habe ich greise welche in den französischen kolonien dienten und nun von den engländern nichts empfangen ich habe zahlreiche ansiedlers familien welche durch die englischen kolonie kriege zugrunde gerichtet wurden ich habe arme franzosen welche mittellos in die fremde gingen weil sie durch die revolution vertrieben wurden und die nun etwas geld brauchen um ein wenig land urbar zu machen ich habe fromme männer welche unter die heiden gingen um das wort gottes zu predigen durch die kälte und den unglauben der gegenwärtigen richtung aber ihre subsistenz bedroht sehen nun wohl ich bin ihrer aller versorger ich gebe den invaliden pensionen den zugrunde gerichteten entschädigungen den ansiedlern unterstützungen den missionären schutz und lebens unterhalt frankreich tut es nicht wenn ich es nicht tue in paris wird keiner der briefe geöffnet in welchen die in der ferne befindlichen kinder des landes vergeblich um hilfe flehen was soll aus ihnen werden wenn robert surcoff die waffe niederlegt und dann gezwungen ist seine hand von ihnen zu ziehen davidson sprang auf um dem braven seemann seine hand zu reichen kapitän ich weiß das alles rief er denn ich selbst bin es ja durch dessen hand so viele ihrer gaben fließen frankreich hat keine ahnung welchen mann es hier in diesem winkel der erde besitzt und er wurde unterbrochen es trat ein matrose surcoffs herein und meldete seinem herrn daß der igel am ostende der insel vorgestern eine pflanzung überfallen und einen priester mit sich genommen habe wer sagte es frug der kapitän so eben hat ein holländischer sluger anker geworfen von dem erfuhren wir es so ist es keine erfindung sehen sie davidson daß ich nicht ruhen darf dieser mensch will sich den preis verdienen den die herren engländer auf meinen kopf gesetzt haben ich aber habe seine spur bis heut vergeblich gesucht jetzt finde ich sie und nun will ich ihm meinen kopf zeigen adieu davidson ich lasse alles im stich denn ich weiß dass wir uns baldigst wiedersehen der seltene mann eilte in einer stimmung welche man fast begeisterung nennen mochte nach dem hafen und auf sein schiff in weniger als einer viertelstunde segelte er bereits zu dem kleinen hafen hinaus und und kaum hatte er kalima hinter sich so ließ er zwei männer am bug herab welche den namen je frau hannier überstreichen mußten dies war in kurzer zeit geschehen und dann wurde der eigentliche name des fahrzeuges le faucon wieder angebracht der wind wehte günstig und so erreichte der falke bereits nach drei stunden die ostspitze jawas wo die betreffende niederlassung zu suchen war zwischen hier und der insel bali hindurch auf kap butur zuhaltend gewahrten sie am ausflusse eines baches die trümmer mehrerer verbrannter hütten liegen neben welchen einige leute bereits beschäftigt waren neue zu errichten syrkuf ließ die segel fallen fuhr möglichst nahe an das land und bestieg so dann ein boot um sich zur küste rudern zu lassen die leute waren aufmerksam auf das schiff und das nahende boot geworden und hatten sich schleunigst in den schutz eines nahen eisenbaum waldes zurückgezogen als der kapitän landete sah er wohl verbrannte hütten verwüstete gärten zerstörte felder aber keinen menschen welcher ihm auskunft zu geben vermochte erst nach langem rufen vernahm er aus der ferne einen menschlichen ton als antwort und dann hörte er die frage was ist das für ein schiff ein franzose antwortete er er hatte aus vorsicht unterlassen die flagge aufzuziehen auf seine antwort jedoch rauschte es bald in den büschen und er sah einen Mann hervortreten welcher einen kräftigen knüttel in der rechten hielt kommen sie näher und fürchten sie sich nicht sagte der kapitän ich bin ein freund aller friedfertigen leute und werde ihnen nichts schlimmes sondern nur gutes erweisen übrigens sehen sie ja dass ich allein bin meine beiden ruderer sind im boote zurückgeblieben da kam der fremde näher er war eine hohe breite muskulöse gestalt mit einem intelligenten gesichte in welchem jedoch ein zug tiefer schwermut vorherrschend zu sein schien bekleidet war er nur mit dünnen weißen hosen und mit einer weißen bluse ihr fahrzeug kam uns verdächtig vor entschuldigte er sich darum zogen wir uns zurück was an meinem schiffe hat ihren verdacht erregt frug sirkuf eben nichts bestimmtes in diesen breiten sind vier schiffe unter zehn ganz sicher seeräuber und nach den erfahrungen welche wir gemacht haben ist es eine kunst vertrauen zu besitzen ich habe gehört dass der igel hier gewesen ist sie gehören natürlich zur hiesigen ansiedelung erst seit vorgestern ich gehörte zur bemannung des igel und habe die gelegenheit benutzt am lande zurück zu bleiben ah machte sirkuf erstaunt sie sind mit scooter gefahren leider er hat mich gepresst und es ist mir schlecht genug ergangen ehe es mir gelang mich zu salvieren wenn das so ist so sehen sie sich einmal mein schiff an hier haben sie mein rohr dazu der man nahm das fernrohr kaum aber hatte er dasselbe auf die brigg gerichtet so nahm er es mit einem lauten ausrufe des erstaunens wieder vom auge le faucon ist es möglich le faucon kapitän robert surcouf allerdings surcouf bin ich selbst sie sie sind es o herr dann segne ich die stunde in welcher ich vom adler entflohen bin denn nun weiß ich dass dieser fürchterliche scooter seinen lohn empfangen wird soweit es in meiner macht liegt soll er ihn erhalten erzählen sie erlauben sie mir vorher die anderen zu benachrichtigen damit sie nicht länger in sorge sind er entfernte sich und kehrte bald mit zwölf personen acht erwachsenen und vier Kindern zurück welche mit jubel willkommen hießen die kleine kolonie hatte aus zwei verheirateten holländern drei franzosen einem belgier und einem schweden bestanden bei dem überfall war der letztere welcher sich zur wehr gesetzt hatte getötet wurden ich denke es ist auch ein priester bei euch gewesen frug jürg kuf allerdings lautete die antwort er kam von jok 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 um sich mit den javanesen zu beschäftigen welche hier in der nähe in den wäldern wohnen so war er missionär ja er war ein missionspriester vom orden des heiligen geistes wir mussten ihn vater martin nennen ah rief surkuf indem er von dem steine empor fuhr auf welchen er sich niedergelassen hatte vater martin vom orden des heiligen geistes das ist wunderbar den kenne ich der darf unmöglich in den händen dieses menschen bleiben erzählt der entflohene seemann übernahm es den bericht zu liefern wir lagen vor palem bon sagte er als wir hörten dass der falke jedenfalls an der nordküste von java kreuze kapitän scooter hatte geschworen den falken zu bekommen und lichtete sofort die anker wir segelten der küste entlang ohne ihr schiff zu entdecken kapitän sichteten aber dafür diese kleine niederlassung scooter rekognosierte sie durch das rohr und gewahrte einen priester dies war für ihn sofort der grund die ansiedlung zu überfallen wie kann wie kann die anwesenheit eines priesters die alleinige und genügende ursache einer so traurigen tat sein rief sirkuf ich weiß es nicht aber tatsache ist es dass scooter beim anblick eines priesters in wut gerät man erzählt sich dass er selbst früher mitglied eines ordens gewesen sei er ist ein irrländer und soll aus einem schlimmen grund protestant geworden sein damit hängt sein priesterhass zusammen der bei ihm zur wirklichen manie geworden ist er ist der gottloseste mensch den ich gesehen habe ein unmäßiger trinker ein lästerlicher flucher ein barbar gegen seine untergebenen ich bin ein deutscher und gehörte zu einem jener unglücklichen regimenter welche von ihren Fürsten an die Engländer verkauft wurden um in Amerika die Ideen der Freiheit und Gerechtigkeit ausrotten zu helfen ich musste meine braut und meine eltern im stiche lassen und desertierte wie so viele die nicht für eine nation kämpfen wollten welche nur die eine politik verfolgt sich wie ein blutegel an dem wohlstande anderer völker voll zu saugen das war mein unglück ich konnte nicht in das Vaterland zurück die braut heiratete einen anderen die eltern starben und mein erbteil wurde konfisziert ich ging zur see seit dieser zeit habe ich alle meere befahren bis ich mich am kapp niederließ da kamen vor fünf jahren die engländer und nahmen es in besitz ich zog mit anderen weiter an der küste hinauf wo wir uns nieder ließen vor zwei monaten ankerte kapitän scooter bei uns wir hielten ihn für einen kauffahrer und ich ging an bord um mit ihm über die preise des schlacht viehs welches er von uns kaufen wollte zu verhandeln wir wurden nicht einig und zur strafe dafür dass ich ihm nicht zu willen sein konnte behielt er mich als matrose an bord ich habe die schlimmste zeit des lebens bei ihm zugebracht und nach jeder gelegenheit zur flucht gesucht erst vorgestern ist sie mir gelungen er beorderte dreißig mann an das land um diese ansiedelung zu überfallen den priester gefangen zu nehmen und die wohnungen nach ihrer beraubung niederzubrennen diese braven leute flohen ein einziger hielt nebst dem priester stand der erstere wurde niedergeschossen und der letztere welcher hatte vermitteln wollen wurde gebunden auf das schiff geschleppt es gelang mir nach dem eisenbaumwalde zu entkommen und diese leute haben mich bereitwillig bei sich aufgenommen trotzdem ich vom schiffe der piraten zu ihnen kam welchen plan verfolgen sie nun in beziehung auf ihre weitere zukunft ich werde versuchen nach meiner kleinen besitzung am kapp zurück zu kommen vorher aber bitte ich sie mich mit an bord zu nehmen ich wünsche dabei zu sein wenn sie mit guter abrechnung halten diesen wunsch erfülle ich ihnen gern was was für ein schiff ist der adler ein orlog kutter von 30 kanonen doch macht er nur 13 meilen in der stunde wenn sie keine zeit versäumen kapitän so werden sie ihn in der man gasser straße finden er pflegt seine gefangenen den wilden dayaks welche die sakuro berge auf borneo bewohnen zu übergeben und dafür goldsand einzutauschen bei diesen gelegenheiten landet er auf einer insel der sakuro bei die dayaks bezahlen weiße gefangene sehr teuer um sie mit vornehmen toten lebendig zu begraben oder ihren götzen als opfer darzubringen diese mitteilung trieb sirkuf zur höchsten eile an zwar landete er vorher noch verschiedene sämer reihen werkzeuge und andere gegenstände welche er den ansiedlern schenkte um ihrer zerstörten niederlassung wieder aufzuhelfen dann aber ging er sofort in see um noch vor nacht den nördlichen teil des sundermeeres zu gewinnen und dort kreuzend dem igel den südlichen ausgang aus der mangassar straße zu verlegen dies gelang ihm vollständig und da er während der nacht kein schiff in sicht bekam so ging er am morgen zwischen Borneo und den Balabalagan Inseln nach Norden er wusste dass er einem feinde entgegen ging so gefährlich wie er noch keinen getroffen hatte und dass ihm ein kampf bevorstand der voraussichtlich in einem wilden zerfleischen bestehen werde dennoch war er guten mut er wusste dass sein schiff dem igel an manövrierfähigkeit überlegen sei er sah dass seine leute sich in der besten stimmung befanden und er glaubte an die möglichkeit dass irgendein umstand eintreten könne der einen blutigen kampf vermeiden lasse so kam er am mittag an kotilama vorüber und kreuzte mit günstigem winde immer weiter nach norden links lag borneo und rechts celebess ohne dass ihm ein schiff begegnet wäre so war er sicher den Adler noch vor sich zu haben da Scooter den Falken an der Küste von Java suchen und also durch die Mangassastraße nicht hinauf in das Sulu Meer sondern wieder zurück nach der Sundasee gehen würde die Sonne stand bereits am Horizont als der Falke die südliche Spitze der Sakurubai erreichte jetzt galt es vorsichtig zu sein Surkuf stieg zum Masthaupte empor um die Bay mit seinem guten Fernrohre abzusuchen da sah er im Norden eine Insel vor sich liegen und in einem kleinen Busen am Westufer desselben ragten die Masten eines Schiffes empor dessen Segel beschlagen waren ein Zeichen dass es während der Nacht diese Stelle nicht verlassen würde um nicht gesehen zu werden ließ er augenblicklich wenden und hinter der ihn verbergenden Landspitze Anker werfen dort blieb er bis es dunkel geworden war dann wurde der Anker wieder gelichtet und der Falke steuerte nach Nord bei Ost um an einer unbewachten Stelle an die Insel zu kommen die Nacht war finster so finster dass man kaum eine Schiffslänge weit zu sehen vermochte an Deck brannte kein einziges Licht es war die größte Vorsicht geboten und als Surkuf glaubte auf gleicher Höhe mit der Insel angekommen zu sein ließ er grad auf West wenden er folgte dieser Richtung in dem er nur so viel Segelwerk beibehielt als notwendig war um das Fahrzeug langsam fort zu bewegen als als die richtige Zeit gekommen glaubte setzte er die Barkasse aus welche mit umwickelten Rudern vor dem Falkenherr die Bahn zu sondieren hatte so erreichte man die Ostseite der Insel wo die Barkasse eine kleine Einbuchtung entdeckte in welchem der Schoner vor Anker gehen konnte dies war kaum geschehen so bestieg Surkuf mit zwanzig Mann die Boote um die Südseite der Insel zu umfahren und ließ die übrigen zur Bewachung des Schiffes zurück da sämtliche Ruder genügend umwickelt waren so verursachten sie kein Geräusch und auch unter den Männern selbst herrschte die tiefste Stille der Kapitän fuhr in der Schaluppe den anderen voran alle waren nur mit Messer und Enterbeil bewaffnet weil Surkuf die Absicht hegte die Boote in gehöriger Entfernung zurück zu lassen und dann den Adler anzuschwimmen doch ist das Enterbeil die gefährlichste Waffe in der Hand eines kräftigen Seemannes sie waren noch nicht zehn Minuten lang gefahren so sahen sie die Schiffslaterne des gesuchten Fahrzeuges leuchten Surkuf gab ein Zeichen zu halten und glitt leise aus der Schaluppe in das Wasser Es war notwendig zu rekognoszieren denn noch wusste man nicht ob es auch wirklich der Igel sei und wenn er es war so galt es zu erfahren ob sich alle Mannen an Bord befanden und in welcher Weise die Wache gehandhabt wurde Surkuf war ein ausgezeichneter Schwimmer er zerteilte die Flut ohne dieselbe mehr als ein Fisch zu bewegen in der Nähe des Schiffes tauchte er und kam erst hart an der Wand desselben wieder empor er umschwamm es langsam und vorsichtig und überzeugte sich dass es der Adler sei das Schiff stand nur an einem Anker und zwar an dem am Kranbalken befindlichen Nachtanker und neben dem Tau hing die Ankertalje bis in das Wasser nieder Surkuf zog an der Talje und bemerkte dass sie oben angefixt sei und ihn also tragen werde er griff sich empor und hütete sich dabei sehr durch ein Anstreifen an der Bugwand das kleinste Geräusch zu verursachen als sein Auge in Bordhöhe gelangte bemerkte er dass sich nur zwei Männer an Deck befanden nämlich die Vorder- und die Hinterdeckwache er hatte genug gesehen glitt wieder hinab und kehrte zu seinen Booten zurück er schwamm zunächst nicht zu seiner Schaluppe sondern zur Barkasse welche Leutnant Ervi Yar befähligte und zu deren Bemannung auch der Deutsche gehörte welcher sich vorher auf dem Igel befunden hatte als dieser hörte unter welcher Bewachung der Kapitän den Piraten gefunden hatte bat er der Erste an Deck sein zu dürfen was ihm auch sofort gewährt wurde nun ward eine kurze Beratung gehalten deren Ergebnis darin bestand dass Jörg Huf mit dem Deutschen und dem Leutnant zunächst allein an Bord klettern wollte um die beiden Wachen zu beschleichen und sie unschädlich zu machen dies sollte durch einfache Knebelung und nur im äußersten Falle durch Tötung geschehen dann erst sollten die anderen nachfolgen indem sie an der Ankertalje kletternd oder am Ankertauer reitend emporkämen so dann hatte man den Kapitän und die Offiziere zu überrumpeln die Waffen und Pulverkammer zu besetzen und nach diesen Vorbereitungen durfte man hoffen mit der Bemannung leichter fertig zu werden nachdem einem jeden seine Rolle zugeteilt worden war wurden die Boote an die Insel gerudert wo sie unter der Aufsicht eines einzigen Mannes zurück blieben die übrigen mit dem Kapitän grad zwanzig Mann gingen in das Wasser und schwammen einer immer hinter dem anderen dem Engländer entgegen den sie auch wirklich unbemerkt erreichten eine Minute später standen die drei bereits hinter der Bugverkleidung die Vorderdeckwache lehnte am Fockmaste ihnen den Rücken zukehrend er steht gut flüsterte Sirkuf dem Deutschen zu leise hinan und nimm ihm die Kehle fest zusammen er darf keinen laut ausstoßen der angeredete schlich sich nach dem Maste ein rascher Griff seiner kräftigen Hände genügte und in den nächsten Sekunden hatte die Wache einen Knebel vor Mund und Nase und warmen Armen und Beinen an den Mast gebunden Die Hinterwache wurde ebenso glücklich überrascht und nun gab Sirkuf den unten im Wasser harrenden Leuten das Zeichen empor zu klettern Dies geschah so vorsichtig dass diejenigen welche am ankertaue empor ritten nur ein fast ganz unmerkliches neigendes Buges hervorbrachten kaum waren alle an deck so schlich ein jeder sofort nach seinem Posten Der Kapitän ließ sich mit dem Leutnant von dem Deutschen nach der Kapitäns Kajüte führen Die Tür derselben war von innen verriegelt und Sirkuf klopfte leise Wer ist's erscholl drinnen die schläfrige Frage Der Leutnant antwortete Bert Ervillard leise und in englischer Sprache Was gibt's Psst Kapitän Redet nicht laut Es muss an Bord irgendeine Teufelei los sein die wir belauschen können Steht auf und kommt schnell Ah bin gleich fertig Man hörte seine hastigen Bewegungen und das Klirren einer Waffe Zugleich sah man durch eine schmale Ritze dass er Licht machte Vorsicht flüsterte Sirkuf er darf nicht schießen sonst weckt er alle Mannen nimm du sofort seine beiden Hände während du Erweyar ihn bei der Gurgel fassest Das übrige besorge ich Jetzt wurde der Riegel zurück geschoben und die Tür öffnete sich In ihrem hell erleuchteten Raume war Scooter mit vollster Deutlichkeit zu erkennen er hatte einen Degen umgelegt und trug in jeder Hand eine Pistole deren Hähne glücklicherweise noch nicht gespannt waren Ehe sein Auge die auf der Kajütentreppe herrschende Dunkelheit zu durchdringen vermochte war er sowohl an beiden Händen als auch beim Halse gepackt Die Pistolen entfielen ihm Ein leises Gurgeln drang aus seiner Kehle Dann wurde er in der Kajüte zurückgedrängt auf sein Lager gelegt gebunden und geknebelt Ganz denselben Verlauf nahm die Überwältigung des Leutnant in der Backbordkoje Der Deutsche welcher jeden Winkel des Schiffes ganz genau kannte diente als Führer Hierauf versicherte man sich der Waffen und Munitions Vorräte Bis hierher war alles ganz glücklich abgelaufen und da der Deutsche versicherte dass die Bemannung sich unbewaffnet in ihren Hängematten befinden werde so wurden die vorgefundenen Gewehre geladen und dann stieg man durch die Vorderluke hinab in das Mannschaftsquartier Hier brannte eine Lampe deren Schein den niedrigen dumpfen Raum mit den vielen Hängematten nur notdürftig beleuchtete Das passieren der schmalen knarrenden Treppe konnte nicht mit der gewünschten Geräuschlosigkeit vor sich gehen Die Leute des Igel wurden aufmerksam und einer derselben stieß verdrießlich einen Fluch aus Er glaubte es sei die abgelöste Deckwache fuhr aber doch sehr schnell aus seiner Hängematte empor als er sah dass die Störung nicht von den beiden Kameraden sondern von einer ganzen Anzahl unbekannter herröhre Er sich hat die die ich hat die die geistigegenwart ein Wort zu sagen die Sache war ihnen so unglaublich so unmöglich und doch sahen sie den gefürchteten Privat hier mit seinen Leuten vor sich es gehörte Zeit dazu das zu begreifen zumal ihr Schiff nicht geändert worden war und sie an den nassen Kleidern des Franzosen erkannten dass diese schwimmend herbeigekommen seien Sürkuf fuhr fort ihr habt euch ohne Bedingung zu ergeben und einzeln hinauf an Deck zu steigen vorwärts marsch er fasste den ihm zunächst stehenden bei der Schulter und schob ihn nach der Treppe hin der Mann gehorchte ganz verblüfft und dieses Beispiel wurde von den anderen nachgeahmt sie stiegen in Zwischenräumen einer hinter dem anderen nach oben und sahen sich dort empfangen genommen und gefesselt ehe sie sich noch gänzlich in ihrer Lage zurecht gefunden hatten dann wurden sie hinunter in den Ballastraum gebracht wo sie unter der scharfen Aufsicht einer Wache standen jetzt ließ Sürkuf Raketen aus der Pulverkammer kommen ihr aufsteigendes Licht und ein einziger gelöster Kanonenschuss sollten den Falken benachrichtigen dass der Igel sich in den Händen der Sieger befinde diese Zeichen wurden bemerkt und nach einer halben Stunde während welcher Sürkuf eine eingehende Besichtigung des Igel vornahm kam der Schoner herbei und warf neben dem Engländer den Hauptanker Nun wurden die drei zurückgelassenen Boote herbeigeholt und das Unternehmen gegen den Adler war glücklich beendet Jetzt galt es nur noch den entführten Missionär ausfindig zu machen kein einziger Mann der Schiffsbesatzung hatte Auskunft über ihn gegeben Alle hatten vielmehr jeder Bitte und jeder Drohung ein halsstarkes Stillschweigen entgegengesetzt Nun wurde der Leutnant vernommen Auch dieser schwieg Darum schickte Sjokuf nach dem Kapitän welcher noch immer gefesselt in seiner Kajüte lag und empfing ihn an Deck von sämtlichen Leuten des Falken umgeben Mehrere jetzt an den Masten aufgehängte Laternen verbreiteten ein genügendes Licht um den berüchtigten Mann genau in Augenschein nehmen zu können Er hatte eine lange hagere vornüber gebeugte Gestalt und ein Gesicht dessen Physiognomie nichts weniger als Vertrauen erweckend war Man hatte ihm den Knebel abgenommen und die Füße entfesselt Die Hände aber blieben gebunden Er schien von dem was ihn betroffen hatte und dessen Tragweite er noch gar nicht kannte keineswegs niedergeschlagen zu sein sondern sein Auge blitzte und sein Gesicht war gerötet vor Zorn als er in den Kreis tretend mit Barscherstimme frug Was geht hier vor Wer ist es der es wagt sich auf meinem Schiffe als Herr zu gebärden Auf ihrem Schiffe Mr. Scooter antwortete Sürkuf Ich denke dass es das meinige ist Ah welche Frechheit Wer sind sie Ich bin Robert Sürkuf Untertan der Französischen Republik und das Schiff dessen Licht sie hier über Steuerbord sehen ist der Falke dessen Bekanntschaft sie so gern machen wollten Ich hoffe sie danken es mir aufrichtig dass ich ihnen die Mühe erspare noch längere Zeit erfolglos nach mir zu suchen Als der Kapitän diesen Namen hörte erbleichte er Doch war dies das einzige Zeichen seines Schreckens denn er antwortete in stolzem Tone Robert Sürkuf Hm Ja Ah ich erinnere mich jetzt diesen Namen irgendwo einmal gehört zu haben Sind sie Seemann Ich will dies nicht behaupten hoffe jedoch dass man mich für einen Seemann hält Was haben sie an Bord des Igel zu suchen Ich suche Kapitän Scooter Nun wohl der bin ich was weiter Ferner suche ich einen Missionspriester welchen sie vor Tagen von Java entführt haben Sie werden die Güter haben mir seinen Aufenthalt zu nennen Ich werde diese Güter nicht haben Herr Ich pflege Pa unterbrach ihn Sürkuf jetzt mit Barscher Stimme Was Sie zu pflegen belieben das ist hier vollständig gleichgültig Jetzt gilt nur das was mir beliebt Ich ersuche sie Robert Sürkuf nicht für einen Mann zu halten mit welchem man Komödie spielen darf Ich halte sie nicht für wahnsinnig und nehme also an dass es ihnen nicht an Einsicht mangelt ihre gegenwärtige Situation vollständig zu begreifen werden sie mir sagen wo sich der Missionspriester befindet oder nicht Einem Sürkuf antwortet Kapitän Scooter nicht Nun wohl Sie sind mein Gefangener Da Sie sich weigern dem Kapitän Sürkuf die verlangte Auskunft zu geben so wird er ihnen den Mund öffnen müssen Leutnant Erwi Jahr ein Tauende Dieser Mann erhält 30 scharfe Hiebe auf seinen bloßen Rücken Bei diesem Befehle trat Scooter hastig einen Schritt weiter vor Was sagen Sie da rief er vor Grimm bebend Schlagen wollen Sie mich lassen mich einen Offizier den Kapitän des Igel vor dem noch jeder Feind gezittert hat Sürkuf zuckte die Achsel sehr gleichmütig und antwortete hoffentlich zählen sie mich und meinen braven Jungen nicht zu den Leuten von denen sie gefürchtet worden Ja ich werde ihnen den Mund mit guten Hieben öffnen lassen Scooter antwortete zunächst nur mit einem heiseren Schrei Dann aber rief er Mensch das wagst du nicht Noch gibt es ein Völkerrecht Ich bin kein Seeräuber sondern ein Privatier der mit vollgültigen Kaperbriefen versehen ist Und wenn diese nicht geachtet werden So ist Kapitän Scooter der Mann Ihnen Achtung und sich selbst Genugtuung zu verschaffen Zittern Sie vor meiner Rache Sie haben mein Schiff genommen Nun wohl Ich kann nichts dagegen haben Obgleich meine Schlafmützen dies fürchterlich büßen sollen Aber sie müssen mich am nächsten Hafen abliefern und und dann dann werde ich Ihnen zeigen was es heißt einem Manne von meiner Qualität mit dem Tauende zu drohen Ich sehe doch dass ihr Zorn ihren Verstand auf eine sehr ungünstige Weise beeinflusst antwortete Sürkow Eigentlich habe ich hier keinem einzigen menschen gegenüber meine befehle und handlungen mit gründen zu belegen Aber in rücksicht auf ihr krankhaftes denkvermögen will ich mich doch zu einer erklärung herbeilassen Ja es gibt ein völkerrecht aber eben dieses völkerrecht verbietet einem kaper ein pirat zu sein Jedem ehrlichen kapitän aber gebietet es einen piraten auch als pirat d das heißt als seeräuber zu behandeln ob sie mit kaper briefen versehen sind ist mir durchaus gleichgültig ich habe die beweise dass sie wehrlose ansiedler überfielen und friedliche seefahrer töteten obgleich dieselben sich ihnen ohne widerstand ergaben dass sie sogar einen krieg einen vernichtungskrieg gegen fromme priester führen welche keine anderen waffen besitzen als worte der liebe oder der ermahnung ihre briefe kann ich also nicht achten denn sie sind kein privat hier sondern ein seeräuber auch genug tuung muss ich ihnen versagen da kein dieb und räuber satisfaktions fähig ist ihre rache fürchte ich nicht und endlich will ich ihnen noch bemerken dass ich keineswegs gezwungen bin sie im nächsten Hafen abzuliefern ich bin vielmehr berechtigt und sogar verpflichtet einen jeden Seeräuber ohne zu lassen mit ihnen habe ich bereits zu viele worte gemacht ihr schicksal ist einfach folgendes beantworten sie mir meine frage so werde ich geneigt sein sie dem gouverneur der nächsten mir im kurs liegenden französischen besitzung als eingefangenen piraten auszuliefern bleiben sie jedoch bei ihrem schweigen so lasse ich sie zunächst auspeitschen dann kiel holen und endlich wenn auch das zu keinem ergebnis führt an die rah hängen versuchen sie es rief scooter sinnlos vor wut es soll ihnen schlecht bekommen leuten und er wie ja vorwärts gebot zirkuf auf einen wink des leutnants wurde scooter von sechs kräftigen fäusten gepackt und nach dem vorderdeck geschafft bei gott er wagt es hörte man scooter rufen führt mich zurück ich werde die antwort geben er wurde zurückgebracht und gestand dass er heute am morgen den priester den wilden sakuro dayaks übergeben habe welchen preis haben sie erhalten frug sirkuf den beutel mit goldstaub den sie in meiner kassette finden lautete die antwort wo wohnen diese dayaks eine stunde weit von der mündung des flüsschens aufwärts gut ich habe ihnen nur noch zu sagen dass ich sie allerdings ausliefern werde falls es mir gelingt den gesuchten unbeschädigt zurück zu erhalten ist ihm aber das geringste geschehen so werden sie dennoch aufgeknüpft ich handele also in ihrem eigenen interesse wenn ich sie auffordere mir einen ihrer leute zu nennen der geeignet ist als ihr boote zu den dayaks zu gehen den beutel soll er mitbekommen doch werden ihn zwei meiner männer begleiten welche gewohnt sind mit diesen wilden zu verkehren nennen sie mir den namen unter steuermann harcroft das genügt nun will ich ihnen noch einen braven mann vorstellen der an sich selbst erfahren hat daß sie seeräuber sind und dem wir es verdanken daß wir so schnell und erfolgreich in ihr kielwasser gekommen sind er gab einen wink die leute traten auseinander die gestalt des deutschen war zu sehen holmers schurke rief der gefangene und erhob die fäuste um sich trotz seiner gefesselten hände auf den genannten zu werfen doch er wurde sofort gefasst und auf befehl des kapitäns hinüber nach dem falten gebracht sobald der morgen zu grauen begann stieß ein boot ab um die drei booten an das festland zu bringen der untersteuermann harcroft hatte ausgesagt daß er es sei welcher mit karima dem häuptlinge der dayaks zu verhandeln gehabt hatte und die beiden ihm beigegebenen männer verstanden das malayische hinlänglich um ihrem auftrage genügen zu können es war ausgemacht wurden daß sie rukuf bis mittag warten dann aber falls sie noch nicht zurückgekehrt seien annehmen wollte daß er ihnen zur hilfe kommen müsse auch holmers der deutsche erzählte daß er bei dem vorigen aufenthalt des guters hiermit am lande gewesen sei und die gegend genügend kenne um als führer dienen zu können nach seinen angaben konnte der kapitän einen situations plan entwerfen er hatte überhaupt diesen mann trotz der kurzen zeit ihres beisammenseins bereits lieb gewonnen holmers trübsinn war eine folge seiner sehnsucht nach dem vaterlande welches er von ganzer seele liebte und zu dem er doch nicht mehr zurückkehren durfte als deserteur sah er sich verurteilt sein haupt der einst in fremder erde zur ruhe zu legen die abgelaufene frist verstrich ohne dass die drei booten zurückkehrten und so sah sich sirkuf zu einer kriegerischen expedition an das land verpflichtet er übergab dem leutnant das kommando der beiden schiffe und stellte sich selbst an die spitze der zwanzig männer welche zur landung ausersehen waren ausgerüstet und mussten trotz der hier herrschenden hitze drei anzüge übereinander tragen um das eindringen der vergifteten pfeile der dayaks zu erschweren die schiffe verließen die insel und warfen in der nähe des festlandes anker damit sie die küste desselben nötigen falls mit ihren kanonen bestreichen könnten dann stießen die boote ab um an der bucht zu landen welche von einem kleinen hier in das meermündenden flüsschen gebildet wurde das ufer zeigte nur einen schmalen sandigen strich ohne pflanzen wuchs dann aber begann ein dichter urwald dessen schlinggewächse das fortkommen sehr erschwerten da fiel zum beispiele sogleich ein beinahe hundert fuß hoher baum in die augen der einen umfang von vielleicht zwanzig fuß haben mochte seine weiße rinde war rissig und seine früchte hatten die größe einer pflaume das war der fürchterliche anchar dessen milchsaft schon durch seine ausdünstung sehr schmerzhafte geschwülste hervorbringt es ist der berüchtigte upas von dem so viel schreckliches gefabelt wird er soll ganz allein im todestale auf java stehen und die luft meilenweit so verpesten dass kein baum kein strauch kein gras gedeiht und alle lebenden wesen in seiner nähe dem tode verfallen das ist nicht wahr vielmehr findet er sich in den dichtesten wäldern und und man hat hat sich nur vor berührung mit seinem gifte und vor dem längeren einfluss seiner ausdünstung zu hüten an ihm kletterte eine fast armsdicke schlingpflanze empor welche bis in bedeutende höhe völlig astlos war dann aber zwischen seinen elliptischen blättern grünlich weiße blumen zeigte welche einen jasminartigen geruch ausströmte das war der javanische brechnus baum dessen wurzelrinde einen giftigen saft gewinnen läßt welcher unter dem namen upas chetek oder upas rajah bekannt ist er führt nach der geringsten verwundung heftige konvulsionen und einen schmerzhaften tod herbei in der nähe wuchsen ganze massen einer fünf fuß hohen pflanze welche ellenlange weich behaarte blätter und einen rötlich weißen blüten strauß trug es war der indische galgant auch wilder kasamuma ingwer und die strauchige beißbeere wuchsen da aus diesen fünf pflanzen nebst einigen anderen bereiten die bewohner des indischen archipels ihr berüchtigtes pfeilgift über welches schon so viel wahres und unwahres erzählt worden ist die bereitung geschieht auf folgende weise man nimmt ein quantum anscharsaft den zehnten teil davon saft der galgant alpine ebenso viel saft des kasamuma ingwers und des aarons den saft einer zwiebel etwas fein gepulverten schwarzen pfeffer und vermischt das innig miteinander hierauf gibt man nach umständen den wurzelrindensaft der javanischen brechnuss hinzu und den samen der beisbeere welche ein starkes aufbrausen verursacht hat das brausen aufgehört und ist die mischung filtriert so ist das gift fertig wird dasselbe in nicht zu großen quantitäten genossen so erregt es in der regel nur ein heftiges erbrechen kommt es jedoch mit dem blute in berührung so wirkt es schnell tödlich dass der dichte wald auch von gewaltigen tieren belebt sei zeigte den seeleuten eine breite rhinoceros spur welche längst des flüsschens aufwärts führte und in welche mehrere andere mündeten in diese lenkte der führer holmers ein die gefährlichkeit der lage erforderte die bildung einer vorhut und darum sandte surcouf fünf mann voraus welche den weg und dessen umgebung auszuspähen hatten man war beinahe eine halbe stunde lang vorgerückt als von dieser vorhut das zeichen gegeben wurde dass etwas auffälliges in sicht sei schnell rückten die anderen nach und gelangten an eine stelle wo sich ganz am ufer des flüsschens mehrere rhinoceros wege vereinigten und also ein verhältnismäßig freier platz gebildet wurde dieser war abgeschlossen rechts durch den fluss links durch den dichten urwald und vorn durch eine mehrfache Reihe bewaffnete dayaks welche außerdem auch das andere ufer des wassers besetzt hielten sie hatten die europäer bereits gesehen schwangen ihre spieße und blas rohre und erhoben ein mächtiges geschrei da meinte der oberkonstabel welcher mit einer flinte und einer riesigen keule bewaffnet war da haben sie sich uns in das fahrwasser gelegt ich denke wir segeln sie über den haufen kapitän antwortete der gefragte noch wissen wir nicht ob sie uns freundlich oder feindlich gesinnt sind er ließ die mehrzahl seiner leute zurück und schritt mit holmers und noch drei anderen vorwärts bis er sich nur noch in einer entfernung von 40 schritten von den malayen befand er durfte sich sicher fühlen da die zurückgebliebenen die dayaks ganz gut mit ihren kugeln erreichen konnten traten auch von ihnen fünf vor der eine von ihnen erhob den wurf spieß und rief adatuan ku diese worte bedeuten welcher ist mein herr sie enthielten eine höflichkeit und es ließ sich vermuten daß die dayaks nicht die absicht hegten feindlich vorzugehen surkuf hatte sich so viel des malayischen angeeignet daß er antworten konnte ich bin der Anführer dieser männer was führt euch an diese stelle wir wollen dich empfangen lautete die antwort woher wisst ihr dass wir kommen die drei männer welche du uns sandest haben es uns gesagt wo sind sie es sind nur noch zwei sie sind bei uns gefangen warum sie haben uns einen mann getötet sie kamen zu uns um den pengajah zurück zu verlangen ich bin der häuptling sie wollten mir mein gold wiedergeben ich aber verlangte ein gewehr mit blei und pulver sie wollten nicht und und als sie den pengajah erblickten ergriffen sie ihn um mit ihm zu entfliehen wir traten ihnen entgegen da nahm der erste sein messer und erstach den sohn meines bruders mein bruder war nicht da darum ergriff ich meinen spieß und stach den mann in die hand er starb denn dieser speer ist in das tapu upas getaucht nun haben wir die zwei übrigen gebunden sie liegen in meiner hütte und du kannst sie sehen die worte dieses mannes klangen genau so als ob er die volle wahrheit gesagt habe die boten zirkufs hatten unvorsichtig gehandelt und die malayen gereizt und was verlangt ihr jetzt für den pengajah frug nun zirkuf das was ich gesagt habe denn ich rede nicht mit zwei er ist bereits bezahlt denn du hast seinen mörder getötet doch erlaube ich dir einen preis zu fordern das wird sein vater tun welcher bei seiner leiche in der hütte sitzt du wirst mit uns gehen müssen versprichst du uns volle sicherheit ja ihr werdet meine gäste sein sie wurden weiter fluß aufwärts geführt bis sie ein tal erreichten unter dessen bäume die primitiven wohnungen der dayaks standen in der größten derselben welche dem häuptlinge gehörte sollte die beratung geschehen zu welcher sich die angesehensten versammelten auch der bruder des häuptlings erschien er hatte sich mit allerlei zeichen seiner trauer behangen und blieb während der ganzen verhandlung stumm natürlich begehrte es jürguf vor allen dingen den missionspriester und die beiden boten zu sehen dieser wunsch wurde ihm gewährt als der priester gebracht wurde erkannte der kapitän sofort den pater martin in ihm dieser blieb am eingange stehen freudig erstaunt so viele europäer hier zu sehen von deren anwesenheit er auf eine glückliche wendung seiner lage schließen konnte als sein blick auf den kapitän fiel schien er in seiner erinnerung vergeblich nachzusuchen ich heiße surcouf begann der kapitän robert surcouf kapitän surcouf jetzt erkenne ich sie trotz ihres mächtigen bartes und der sonnenverbrannten farbe kommen sie in meine arme mein mutiger wohltäter der inhalt ihrer kurzen unterredung läßt sich denken pater martin war glücklich nach italien entkommen und hatte dann europa verlassen um in indien für die bekehrung der heiden tätig zu sein er erzählte in seiner schlichten weise dass er viel ungemach überwunden habe das schlimmste aber sei ihm an bord des igel widerfahren wo man die heilige religion gelästert und ihren diener auf die boshafteste weise verspottet habe schließlich sei er gar noch verkauft worden um bei irgendeinem begräbnisse als toten opfer geschlachtet zu werden surcouf versprach ihm natürlich seine befreiung erzählte ihm von der gefangennahme scooters und der priester pries gottes güte welche ihm so augenfällig in seinem alten beschützer abermals einen retter gesandt hatte als die zwei boten gebracht wurden waren es die beiden leute des falken der am upas gifte gestorbene war also der englische untersteuermann gewesen welcher wie seine begleiter aussagten so unvorsichtig kühn gehandelt habe um sich das wohlwollen surcoufs zu erwerben nun begann die unterhandlung mit den dayaks häuptling karima schien kein freund von umschweifen zu sein und so wurde bis zur einigung nicht viel überflüssige zeit verschwendet seine klare prompte einleitung lautete wir wollen über unsere feinde siegen und dazu brauchen wir waffen wie die eurigen sind ich werde dir sagen was du uns geben sollst eine büchse und pulver und blei für den getöteten eine büchse und pulver und blei für den pengachar wenn er nicht hier bleiben will bleibt er bei uns so soll er uns das lehren was wir nicht wissen die dayaks da oben in den bergen und im innern der insel haben keine gedanken wir aber erkennen dass ihr viel weiser seid als wir wir wollen von euch lernen und mit euch einen bund schließen wenn du das tust so werde ich dir gold sand und schöne steine zeigen welche wir in den bergen finden und du sollst mir sagen wie viele flinten pulver und blei beile und messer du uns dafür geben kannst auch tücher und kleider möchten wir gern dann scheiden wir in frieden und werden uns freuen wenn du wiederkommst oder uns einen boten sendest sirkuf war ganz erstaunt ob dieses ebenso friedfertigen wie gewinnverheißenden anerbietens das ist nicht zufall das ist gottes schickung meinte der priester der herr hat diesen häuptling bei der hand erfasst um ihn auf den rechten weg zu leiten und mir gibt er einen fingerzeig für den ort einer segensreichen wirksamkeit kapitän sirkuf ich bleibe hier wollen sie dafür sorgen dass ich mit der welt in verbindung bleibe gern ich verspreche es ihnen sirkuf wandte sich an den häuptling du hast klug und weise gesprochen wie ein mann welcher der häuptling vieler werden wird das land aus dem ich komme kann dir alles bieten was du brauchst schutz gegen deine feinde waffen kleider geräte aller art deine leute haben mich zu deinem freunde gemacht ich werde dir alles geben was du verlangt hast einige meiner leute können gehen um es zu holen ich werde dir eine büchse pulver und blei für diesen pengajar geben trotzdem erwünscht hier bei dir zu bleiben willst du ihn als deinen gast behalten und beschützen so werde ich dir außerdem noch zwei gewehre drei pistolen drei eiserne töpfe zum kochen ein rotes und ein blaues kleid für dich einen spiegel welcher dreimal größer ist als dein kopf und allerlei andere sachen geben willst du mir nun den goldsand und die steine zeigen karima gab einen wink und bald brachten drei männer das gewünschte in säckchen herbei der goldsand war rein und wog vielleicht zwanzig pfund und die steine waren echte diamanten manche von der größe einer dicken erbse was verlangst du dafür fragte sirkuf her sage selbst was du denkst gut ich werde dir dafür geben eine höhere eine kanone es war erstaunlich welche wirkung dieses zauberwort auf alle höhere hervorbrachte die braunen gesichter der malayen glänzten vor wonne und ihr häuptling rief her eine kanone ist möglich ich sage es ja eine kanone mit hundert großen kugeln und pulver zu hundert schüssen oh so bist du der beste freund den wir besitzen denn nun müssen alle unsere feinde vor uns zu schanden werden so sind wir also einig macht euch bereit mich auf das schiff zu begleiten dort sollt ihr alles erhalten was ich euch versprochen habe in kurzer zeit setzte sich ein ziemlich langer zug in bewegung und bald mußten die boote vom schiffe abstoßen um die kameraden und dayaks an bord zu bringen dort erhielten sie eine einpfünder drehbasse nebst munition und alles sonst versprochene surcouf blieb drei tage in der sakurubucht dann nahm er von den malayen und dem priester welchen er mit allem nöthigen reichlich versehen hatte einen herzlichen abschied kapitel 5 in paris von robert surcouf dies ist eine libravox aufnahme alle libravox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei libravox.org aufgenommen von ellie robert surcouf von karl may kapitel 5 in paris die französische revolution hatte ihren kreislauf vollendet aus dem konsulate war ein kaisertum geworden und der großgewordene kleine korser hatte sich mit einem prunkvollen hofstaat von großoffizieren und großwürdenträgern umgeben ganz europa hörte auf seine stimme und nur der stolze albion verschmäht er es ihm ein linien system in der partitur des politischen konzertes zu gestatten wie sein stern empor gestiegen war so sollte er auch wieder sinken und verschwinden plötzlich aus dem nichts in das nichts ein meteor welches keine rückkehr feiert die hefen frankreichs waren von england seit mehreren jahren so nachdrücklich blockiert worden dass es kaum einmal einem französischen schiffe gelang die sie zu gewinnen diese sperre legte natürlich den handel frankreichs vollständig auf das trockene übrigens hatte frankreich fast alle seine kolonien an england verloren und damit ganz unersetzliche verluste erlitten frankreich hätte diese schläge zu verhüten oder an den gegner zurückzugeben vermocht aber napoleon war kein seemann und hegte bereits damals den großartigen später so traurig verunglückten plan england in indien über das europa der russland hin anzugreifen dazu bedurfte er der mächtigen völkerkoalition im herzen europas auf welche er sein ganzes augenwerk richtete anstatt einen kürzeren weniger kostspieligen und weniger unsicheren weg einzuschlagen seine versuche an der küste großbritanniens zu landen waren stets gescheitert es fehlte an einer tüchtigen flotte und an männern deren namen man neben dem der damaligen britischen admiräle hätte nennen können das erbau neuer schiffe erforderte bedeutende summen aber sobald sie in sie gingen wurden sie von den engländern weggenommen und doch hätte sich bereits im jahre 1801 napoleon eine erfindung bemeistern können durch welche engländer in furcht versetzt haben würde robert fulton der berühmte amerikanische mechaniker war nach paris gekommen um zu beweisen dass es möglich sei schiffe mittels der kraft des dampfes zu bewegen er stellte das selbst im verein mit dem damaligen amerikanischen vertreter in paris kanzler livingston verschiedene versuche an welche aber nicht beachtet wurden aus diesem grunde ging er nach england wo er auch keinen beifall fand dennoch ließ er sein projekt nicht fallen und kehrte zwei jahre später nach paris zurück er brachte auf der sense ein erstes versuchstampf vor den gang wurde er aber von keiner seite unterstützt er wandte sich direkt an den ersten konsul und es wurde ihm eine audienz gestattet in einem zimmer mit tüllerien standen beide einander gegenüber der held des dampfes und der herrost der schlachten man sieh ein sagte fulton nach einer längeren debatte über seine erfindung dass die dampfkraft der schifffahrt von ungeheurem nutzen seien und sie auf ungeahnte weise heben wird die entfernungen werden schwinden die schwierigkeiten sich vereinfachen die gefahren und unglücksfälle sich vermindern die manövrierfähigkeit eines schiffes kann sich verzehnfachen wenn sie nicht mehr von wind und segelwerk abhängig ist derjenige fürst welcher die ersten kriegsdampf verbaut wird jeder marine der welt überlegen sein der konsul hatte schweigsam und mit einem sarkastischen lächeln um den mund zugehört jetzt ergriff er fulton beim arme und zog ihn ans fenster auf die vor demselben wogende menge der passanten deutend frug er in sehr ironischem tone sehen sie die neue erfindung welche viele dieser leute zwischen den lippen tragen ich sehe sie antwortete fulton es ist die zigarre welcher man jetzt auch in frankreich zu rauchen beginnt nun wohl alle diese raucher sind lebendige dampfmaschinen sie entwickeln dampf weiter nichts ich wage zu bemerken dass der rauch nicht mit dem dampfer zu verwechseln ist es ist nicht dampf was bei dem rauchen einer zigarre entsteht bei diesem einwande zogen sich die brauen des ersten konsuls unmutig zusammen er war es nicht gewohnt sich von einem schlichten mechanikus korrigiert zu sehen darum klang seine stimme schroff als bisher dampf oder rauch das bleibt sich gleich wie kann dem raucher einer zigarre die kraft in den wohnen ein schiff zu treiben sie droll es ist lächerlich fulton wagte jetzt keine abermalige berichtigung aber er entgegnete in dem rücksichtsvollsten höflichsten tone ich wiederhole jedoch und behaupte nachdrücklich dass derjenige herrscher welcher die ersten dampfschiffe besitzt in kurzer zeit her der meere sein wird einem solchen erfolge gegenüber sind die kosten einiger versuche verschwindend klein zu nennen ich erinnere an englands hass gegen frankreich wenn der beherrscher der französischen nation eine dampferflotte besäße so würde er in london den engländern gesetze vorschreiben können napoleon trat von dem fenster an welchem beide stehen geblieben waren zurück und meinte in seinem kältesten tone mon ami ich pflege meine chancen nicht dem dampfe anzuvertrauen ich sehe mich über ihr objekt vollständig informiert und muss mich ablehnend verhalten eine stolze verabschiedende handbewegung sagte fulton dass die audienz beendet sei fulton ging er war um eine große hoffnung ärmer geworden der konsul aber ahnte nicht dass er als verband der kaiser eins dieser stunde bedauern gedenken würde aber schon wenige werden gar später sollte er an sie erinnert werden der unterdessen kaiser gewordene bonabat hatte in der nähe von bolon und außerdem beutreicht eine bedeutende herresmacht zusammengezogen um in england zu landen infolgedessen hatte die bewacherung der französischen häfen von engländern auf eine weise verschärft dass keinem französischen schiffe das entschlüpfen gelingen wollte außerdem kreuzten in frankreich begrenzenden meeresteilen englische flotten welches jedes ihnen begegnete fahrzeug anhielten und durchsuchten war es ein franzose oder hatte es für frankreich geladen so wurde es weggenommen diese kalamität machte den marineminister ungeheuer zu schaffen er hatte fast täglich konferenzen mit dem kaiser die gewöhnlich in beiderseitiger erregung einigten während einer dieser turbulenten besprechungen als eben wiederum die rede von der strengen blockade der sämtlichen häfen war sagte der minister in dieser misere ist es eine umso größere freude zu erfahren dass es doch noch männer gibt deren mut und geschicklichkeit der aufmerksamkeit dieser britischen seebern gewachsen ist der kaiser blickte auf was ist's fragte er hat hüsch etwas getan admiral hüsch war nämlich einer von den wenigen französischen seemännern welche zuweilen glücklich operierten nein antwortete der minister es ist etwas anderes es ist fast ein kleiner seeroman sprechen sie so wenig ich mich sonst für romane interessiere von dem englischen geschwader des commodore densi ist eine fregatte auf belle all gegenüber le palais gelandet um die kleinen ortschaften der insel zu beängstigen während die bandschaften sich am lande befinden kommt eine kleine brick herangesegelt zeigt die englische flagge legt sich seite an seite mit der fregatte nimmt sie weg zieht die französische flagge auf und segelt davon am anderen morgen kommt dieselbe fregatte hinter sich die brick mit niederhängender flagge als habe sie dieselbe genommen ganz wohlgemut an das englische blockade geschwader verpreist gesegelt sie lässt ganz stolz vom hohen top die englischen farben wehen und da in jeder captain die fregatte kennt so denkt man sie sei von commodore densi mit irgendeiner botschaft und den kommandanten des geschwaders gesandt und habe unterwegs das französische schiff genommen sie salutiert und alle schiffe des geschwaders antworten sie segelt das flaggenschiff an und tut als wolle sie beidrehen und da plötzlich sinkt die englische flagge und die französische fliegt empor der brick ebenso beide jahrend dem englischen flaggschiffe einem linienschiffe von hundertundzwanzig kanonen die kugeln einer breitseite in den riesenleib strengen ihm nur alle segel an und kommen glücklich unter dem schutz der batterien von le golly die engländer welche natürlich sich zur schleunigenden verfolgung ausgemacht haben wurden von den kugeln der batterien gezwungen umzukehren die augen des kaisers leuchteten das ist ein heldenstück an das man nicht glauben kann rief er sei er ich erzähle die tatsache ich selbst bin allerdings zeuge eines ähnlichen heldenstückes gewesen ein ganz junger seemann nahm ein englisches fahrzeug und segelte damit ganz offen durch die flotte des admirals hood dieser mann hieß robert surcouf und ist derselbe von dessen indischen taten man mit jeder neuen post auch neues hört ihr helden muss übrigens die küste der bretagne und den hafen von brest ganz genau kennen das ist der fall denn er ist in der bretagne geboren auch robert surcouf ist der breton wie ist der name ihres mannes es ist sehr notwendig ihn zu merken denn man wird seinen besitzer brauchen können majestät haben ihn bereits zweimal genannt ah surcouf ist es wirklich surcouf er selbst sah er dann glaube ich an die wegnahme der fregatte es ist dieses meisterstück welches ihm niemand nachmachen wird man wird diesen mann festzuhalten suchen ihm einstweilen ein linienschiff und eine eskadre geben bemerken sie das es ist mein wille ich danke majestät in seinem namen er bringt uns nicht nur die eroberte fregatte sondern auch berichte briefe und gelder von ailes de france und ailes bourbon der gouverneur von ailes de france meldet mir daß er in den letzten drei monate elf schiffe von surcouf übernommen hat welcher dieser kühne parteigänger den engländern wegnahm frankreich hat surcouf nicht nur diese außergewöhnliche schädigung des feindes sondern auch die durch den verkauf dieser prissen um die verwertung ihrer ladung erlangten großen summen zu verdanken ich gestatte mir die bemerkung daß ich überzeugt bin dieser noch so junge breton könnte in engländern furchtbar werden wenn man ihm erlaubte sich an der rechten stelle zu befinden und dabei ist er bescheiden und anspruchslos wie ich selten einen mann von seinen verdiensten gefunden habe wie sie kennen ihn frugt der kaiser rasch verzeihung sei er ich vergaß zu sagen daß er mich gestern um eine audienz bat die ich ihm heute gewährte so befindet er sich in paris er ist hier um einen prozess gegen den gouverneur von ailes de france zu betreiben welcher sich weigert ihm den erlös einiger prissen auszuzahlen wie hoch ist die summe gegen anderthalb millionen franc er hat gegen den gouverneur bereits einen ähnlichen prozess gewonnen wo sich der gesetzgebende körper für surcouf entschied es handelt sich dabei um rund siebenmal hunderttausend franc solch ein körper verdient ja ungeheure summen nur ein körper von dem unternehmungsgeister und der einsicht surcoufs aber majestät mögen geruhen an die summen zu denken welche er braucht um stets seetüchtig zu sein übrigens weiß man genau dass surcouf nicht einen franken für sich behält er ist der vater der freund der schatzmeister unserer indischen ansiedelungen welche leider so oft allein nur auf seinen schutz seine freigebigkeit angewiesen sind wird er seinen prozess gewinnen ich zweifle keinen augenblick so kann ich diese angelegenheit selbst begleichen ohne der gerechtigkeit durch eine decision arbiträer eintrag zu tun kann man diesen surcouf einmal durch zufall sehen ich habe mit ihm zu sprechen wollen eure majestät befehlen wann dies bei mir zu geschehen hat elf uhr morgen sie werden dafür sorgen dass er pünktlich ist wie steht es mit seinem anteil an der fregatte man ist bereits daran das fahrzeug zu taxieren man kann dies unterlassen ich werde surcouf selbst entschädigen in der vorstab porcelain guerry stand ein gasthaus es war kein feines hotel aber eine recht angenehme auberge und der wirt derselben pflegte wie allen seinen besuchern bekannt war sich nur mit anständigen gästen zu befassen es war der gute onkel cardido der geben welcher es hören wollte sehr ausführlich erzählte dass er zuvor eine taverne in toulon besessen habe doch mit hilfe des berühmten captain surcouf wenn seine verhältnisse so weit aufwärts gekommen sei dass er nach paris ziehen und sich die hübsche auberge kaufen konnte seit gestern befand sich onkel cardido in einer sehr gehobenen stimmung und zugleich in einer ungewöhnlichen geschäftigkeit robert surcouf hatte quartier bei ihm genommen und zwar nicht allein sondern mit seinem leutnant bert ervela seinem segelmeister holmas und noch einigen leuten des falten dieser liebe besuch musste natürlich auf das beste und sorgsamste bedient werden und darum ist es kein wunder dass onkel cardido für andere nicht gar viel zeit übrig hatte der gute onkel cardido war außerordentlich stolz auf surcouf trotz seiner geschäftigkeit fand er doch zeit den stammgästen zu erzählen dass captain surcouf gestern sofort nach seiner ankunft zum minister gefahren sei und dass auch vorhin ein reich galonierter diener desselben einen brief für surcouf gebracht habe es sei noch nie ein gast bei ihm eingekehrt der mit den ministern des kaisers verkehrt hätte und es könnten sehr viele vornehme hotels genannt werden deren gäste noch nie mit einem minister gesprochen und noch wenige ihn besucht oder gar einen brief von ihm empfangen hätten als der captain von einem schweziergange zurückkehrte brachte ihm onkel cardido diesen brief in eigene person mit einem feinen glashalter denn der gute onkel dachte sich dass der brief eines ministers anders zu behandeln sei als im papier aus gewöhnlichen händen surcouf öffnete und fand die weisung sich am nächsten vormittag präzise um halb elf uhr bei dem chef des marine wesens einzufinden als der captain des falkens am anderen morgen das hotel des ministers betrat wurde er direkt nach dessen arbeitszimmer geführt er wußte dass dies eine auszeichnung für ihn sein solle doch nahm er dieselbe so gleichgültig hin als ob er es gar nicht anders erwartet habe der hohe beamte empfing ihn mit der ausgesuchtesten höflichkeit ich habe sie nicht rufen lassen begann er um ihre angelegenheit mit ihnen zu verhandeln sondern um mich von ihnen über einige nautische fragen welche die von ihnen mit vorliebe befahrenen gegenden betreffen unterrichten zu lassen es sind eben jetzt zu wenig männer gegenwärtig von denen ich die gewünschte auskunft erhalten könnte dass ich ihre anwesenheit nicht ungenutzt vorübergehen lassen darf und nun brachte eine anzahl seekarten zum vorschein über welche eine nach und nach immer lebhafte unterhaltung geführt wurde surcouf hatte gelegenheit seine reichen erfahrungen in seiner stillen anspruchslosen weise zur geltung zu bringen und der minister verbarg es keineswegs dass ihn der junge seemann je länger desto mehr interessierte da öffnete sich plötzlich die tür und der diener meldete den kaiser welcher zur gleichen zeit mit der meldung eintrat exzellent sagte er ich komme persönlich um eine höchst wichtige angelegenheit selbst ah unterbrach er sich sie sind beschäftigt ich bin zu ende und stehe eurer majestät überhaupt jeder stunde zur verfügung lautete die antwort der kaiser hatte surcouf scharf in das auge gefaßt um zu sehen welchen eindruck die plötzliche gegenwart des lenkers frankreich auf ihm mache wenn er geglaubt hatte den captain in verlegenheit zu bringen so hatte er sich getäuscht denn dieser zuckte mit keiner miene und die farbe seiner tiefgebräunten wangen blieb ganz die gleiche er trat nur mit einer tiefen respektvollen verbeugung zur seite und richtete dann seinen blick auf den minister da er erwartete verabschiedet zu werden captain surcouf majestät stellte dieser ihn vor captain frug napoleon kalt und dann fügte er mit scharfer stimme als beabsichtige er einen verweis zu erteilen hinzu er hat sie zum captain gemacht dieser ton und diese frage welche einen anderen verblüfft hätte brachte den gefragten nicht im mindesten aus der fassung er antwortete ruhig aber mit einem bereteren blick als die demut ihn erfordert hätte frankreich nicht sei er sondern der seegebrauch frankreich gab mir kein schiff da nahm ich mir ein solches und wurde von diesem augenblick an captain genannt diejenigen welche mich mit diesen worten beehren wissen vielleicht kein anderes welches ihnen passend erscheint denn die zeit in welcher es genügte einen jeden einfach bürger zu nennen ist vorüber er hatte den ausfall des kaisers pariert und ihm dafür zwei hiebe zur gleicher zeit gegeben das sie getroffen hatten zeigte das kleine feldchen welches sich über der nasenwurzel napoleons bildete sehnen sie diese zeit zurück frug dieser in jener kürze welche anzuwenden pflegte wenn er einem anderen in den grund der seele zu blicken beabsichtigte diese frage war verfänglich doch surcouf antwortete ruhig ich sehne vor allen dingen das glück meines vaterlandes in jener zeit war frankreich nicht glücklich möge es jetzt anders werden was verstehen sie unter dem glück des volkes insbesondere unter dem glück der französischen nation frug napoleon mit einem überlegenen lächeln nichts anderes als ich unter dem glück der menschheit verstehe innerliches und äußerliches wohlbefinden und was ist dazu erforderlich ein friedliches regiment und eine freie bahn für alle redlichen erzeugnisse des geistes und der hände und wenn dieses friedliche regiment nicht möglich ist so erzwinge man es durch würdige mittel welche klug und kraftvoll anzuwenden sind kein friede ohne vorherigen kampf halten sie die kapperei auch für eines dieser würdigen mittel fragte der kaiser lachend nein erklang die aufrichtige antwort es wird bald die zeit kommen welche dieses beklagungswerte institut verurteilt und alle seefahrenden nationen werden sich zur abschaffung desselben vereinigen ich selbst bin kapper doch ohne dass mich mein gewissen verurteilt denn ich habe mich zu jeder zeit bestrebt bei meinem tun alle härten zu vermeiden und es so einzurichten dass daraus ein segen für brave menschen entspringt ich darf mich frei von schuld und unrecht fühlen denn ich bin der wurm welcher sich unter dem fuße des feindes grümmt der wurm dem nicht das gebiss des löwen und die pranken des bären gegeben sind aber dennoch ein sehr respektabler wurm konnte napoleon sich nicht enthalten zu bemerken man hat zuweilen von ihnen gehört warum treten sie sich denn die marine ein weil die marine nichts von mir wissen wollte vielleicht hat sich ihre ansicht geändert sie müssen sich danach erkundigen wer mir seine tür zeigt kann nicht erwarten dass ich es bin der um eintritt bittet man hat mich allerdings bemerken lassen dass man von meinen kleinen erfolgen zufrieden ist auch sind mir von anderen nationalitäten zuweilen anträge zugegen doch ich habe keine veranlassung eine änderung meiner gesinnung eintreten zu lassen ich habe für mein vaterland gekämpft obgleich es mich von sich stieß ich werde demselben treu bleiben zu aller zeit selbst dann wenn es mir nichts anderes bietet als bisher der vermeintliche undankt des vaterlandes ist bereits für viele der sporen zu höherem wirken gewesen auch sie werden sich nicht beklagen man sagt dass sie in den prozess führen man hält mir mein wohl erworbenes eigentum vor welches ich zum nutz derjenigen zu verwenden habe welche auf keine andere hilfe rechnen können ich bin überzeugt dass sie gerechtigkeit finden ich sehe hier karten liegen hat der exzellenz ihre erfahrung in anspruch genommen ich hatte das glück einige kleine antworten geben zu dürfen die dennoch für mich von großer bedeutung waren ergänzte der minister captain sir kuf ist der mann an welchen man sich wenden muss wenn man sich über unsere indischen angelegenheiten orientieren will auch ich interessiere mich für diese angelegenheiten sehr bemerkte der kaiser ich werde sie einmal sehen und ihnen die stunde mitteilen lassen mit einer handbewegung gab er das zeichen dass sir kuf entlassen sei einige tage später staunte onkel karditon nicht wenig als vor seiner tür ein wagen hielt aus welchem ein adjutantes kaiser stieg dieser fragte nach dem captain sir kuf und als er hörte dass derselbe nicht anwesend sei befahl er dem wirt sir kuf zu sagen dass seine ministät geruhen würden ihn morgen zur mittagszeit zu empfangen der wagen war längst wieder verschwunden da stand der gute onkel karditon noch immer mit offenem munde vor der tür welch eine ehre für seine auberge das musste er sogleich seinen stammgästen erzählen obgleich er eigentlich keine zeit dazu hatte am anderen tage stand sir kuf einige minuten vor der angegebenen zeit in den tüllerien und wurde punkt zwölf vor den kaiser geführt dieser empfing ihn in demselben raume in welchem robert fulten seine verunglückte audienz gehabt hatte der kaiser warf einen seiner durchdringenden blicke auf die stattliche gestalt des sohnes der bretagne und erwiderte dessen tiefe verbeugung nur mit einem kaum bemerkbaren senken seines kopfes captain sir kuf begann er ich habe mich ihrer angelegenheit angenommen man wird ihnen die streitige summe auszahlen sobald sie dieselbe begehren er schwieg als erwartete er eine flut von dankes worten zu vernehmen der seemann aber sagte einfach sei er ich danke ich hatte die richter frankreichs für so gerecht gehalten dass meine angelegenheit eure ministät nicht belästigen sollen ich verstehe sie nicht fiel der kaiser rasch ein ihre angelegenheit ist durch mich zwar schneller aber ganz mit demselben resultat erledigt worden welches sie durch den richterlichen spruch gefunden hätte ganz ebenso ist es mit der von ihnen den engländern abgenommenen fregatte deren wert bereits taxiert worden ist nehmen sie dieses portföl es enthält genau die summe welche sie zu fordern haben ergriff nach der brieftasche welche auf einem neben ihm stehenden tischchen lag und reichte sie ihm entgegen sir kuf nahm sie unter einer dankenden verbeugung und sagte ich danke abermals majestät auf diese weise bin ich eines längeren tatlosen aufenthalts die paris überhoben und kann zur erfüllung meiner pflichten zurückkehren sie wollen frankreich verlassen ja jetzt wo alle häfen gesperrt sind und kein schiff auszulaufen vermag seier lachte sir kuf ich bin eingelaufen trotz der blockade und werde auch wieder die sie gewinnen ebje kann ich ihnen einen wunsch erfüllen es gibt sogar zwei wünsche welche ich eurer majestät zu füße legen möchte der erste betrifft meinen braven leutnant bert arvela er ist einer der tüchtigsten seeleute welche ich kenne obgleich er kein hohes alter hat ich habe noch kein feindliches schiff betreten ohne meister desselben zu werden und er ist der gefährte meiner siege er würde der marine frankreichs von großem nutzen sein will er sie verlassen er weiß nichts davon dass ich von eurer majestät den schiff für ihn begehre er soll die fregatte erhalten welche er mit ihnen den engländern entführt hat und ihre zweite bitte sie betrifft meinen ziegelmeister er ist ein deutscher und gehört zu den zwölftausend hessen welche für engländer in nordamerika bluten sollten er wollte aber gegen die union nicht kämpfen und entfloh da ihm als deserteur die rücke in das vaterland nicht möglich war verlor er die geliebte braut ein nicht unbedeutendes vermögen und musste verzichten seinen eltern die augen zuzudrücken er wurde seemann bevor alle meere und wurde von dem berüchtigten captain schutter gepresst und entkam dann glücklich zu mir wobei er mir den igel in die hände lieferte seit jener zeit hatte frankreich viele dienste geleistet denn bei jedem feindlichen schiffe welches ich nahm ist er der vorderste gewesen er sehend sich in die heimat zurückzukehren und hat mich dringend gebeten eurer majestät sein gesuch um ihre allerhöchste befürwortung zu unterbreiten captain ich habe in dem vaterlande dieses mannes nichts zu befehlen aber um ihre tüllen soll er heimkern dürfen ich werde diesen wunsch der betreffenden stelle zu erkennen geben dabei aber mag er selbst die bittschrift an seine heimatliche behörde gehen lassen und ich bin überzeugt dass dieses gesuch nicht abschlägt beschieden wird sind sie zufriedengestellt ich empfinde die gnade eurer majestät mit herzlicher dankbarkeit und für sich selbst haben sie da keinen wunsch sire geben sie meinem vaterlande den frieden dessen es bedarf gewähren sie ihm was es braucht um glücklich zu sein so sind meine heißesten wünsche erfüllt sie verlangen für sich selber nichts und für ihr vaterland doch mehr als ich vielleicht zu geben vermag man darf nicht sanguinisch sein zum wohle des vaterlandes hat jeder einzelne nach kräften beizutragen sie selbst haben scheinbar genug getan aber es gibt eine sphäre in welcher sie noch besseres leisten könnten soll ihnen dieselbe verschlossen bleiben majestät die frage macht mich glücklich aber dennoch muss ich mit einem bitteren ja antworten warum ich bin ein seemann ein krieger aber ich werde niemals ein kriegsknecht sein können ich beklage den feldherrn der den krieg nur um des krieges willen führt der krieg ist eine traurige notwendigkeit er soll geführt werden wenn ein großer zweck geheilscht und nur so dass dieser zweck auch erreicht wird wäre dies nicht der fall so würde ich als offizier meinen abschied fordern oder nehmen ah ich sehe dass ich mich ihnen getäuscht habe sie wollen mir einen rat erteilen wie damals fort hulot ich bin nicht zum ratgeber des kaisers berufen zum bürgerkolonel bonaparte konnte ich ohne bedenken sprechen heute aber darf ich nur der gründige denken welche mich abhalten in die marine zu treten und mich zwingend im privatier zu bleiben sie können sprechen ja sie sollen sprechen ich werde ihre offenheit ohne zorn entgegen nehmen sie wissen dass man sagt ich habe die absicht in england zu landen ich weiß dass ihre truppen bei bologna zusammen ziehen aber ich weiß ebenso gut dass diese truppen nicht nach england kommen werden ah sie behaupten kühn meine behauptung hat driftige gründe wo hat frankreich die seemänner welche es vermögen uns den weg nach england zu öffnen indem sie die engländer von unseren blockierten häfen vertreiben und ihre flotten in den grund schießen wo sind die schiffe welche dazu gehören es bedarf lange jahre jahre des friedens um frankreichs seemacht von den wunden zu heilen die geschlagen worden sind frankreich muss mit allen anderen nationen frieden haben um sich auf den schlag vorbereiten zu können mit dem es englerns übermut gedemütigt denn frankreich hat keinen anderen feind als nur diesen einzigen england sei er warum haben sie robert fulten von sich gewesen ohne profit zu sein behaupte ich dass in wenigen jahren der dampf die riesigsten schiffe über alle meere treiben wird dann werden sie bedauern die gelegenheit der mächtigste monarch zu sein von sich gestoßen zu haben paar fulten erst in träumen und seine träumerei scheint ansteckend zu sein da sie sogar ihren kopf ergriffen hat majestät haben mich aufgefordert zu sprechen und können überzeugt sein dass ich nichts sage von dessen wahrheit ich nicht ganz durchdrungen bin ich bin kein höfling sondern ein nüchterner seemann und wenn ich fantasie besitzen sollte so will ich sie jetzt nur gebrauchen um zu denken ich spreche nur zu dem bürger kolonel bonaparte ein eigennütziges interesse treibt mich nicht denn ich werde nach indien zurückkehren wo hunderte meiner bedürfen mein schiff ist der kleine faucon und auch ich werde klein bleiben auch ich habe etwas vom falken an mir ich muss mich frei bewegen können mein flug muss von meinem eigenen willen abhängig sein ich bin ein schlechter untergebener der kaiser hat dir ruhig zugehört kein zug seines ehrenen gesichtes verrät was er bei den worten surkufs dachte jetzt aber spielte ein leises lächeln um seine lippen und er meinte fast scherzend surkuf ihre heimat ist die raue britannie und sie sind ein echter sohn derselben der ab offen kühn fromm treu und dabei ein klein wenig unhöflich oder gar rücksichtslos aber der bürger kolonel bonaparte hat einst wohlgefallen an ihnen gefunden und wünscht jetzt ein halbes stündchen mit ihnen zu verplaudern folgen sie mir er schritt voran und der kapitän trat hinter ihm ein anderes kabinett eine volle stunde war seitdem vergangen und von minute zu minute ließ sich onkel karditon an der türe sehen um den kapitän ja sofort empfangen zu können und je länger es dauerte desto freudiger glänzt das gesicht des wirtes denn welch eine ehre für seine auberge dass sein gast die kostbare zeit des kaisers so lange in anspruch nehmen durfte endlich kehrte surkuf zurück sein gesicht war sehr ernst aber er nickte doch dem onkel karditon freundlich zu und begab sich so dann hinauf in seine wohnung evillard und holmers hatten auf ihn gewartet sie kamen zugleich um sich nach dem resultate der audienz zu erkundigen du warst zu lange bei dem kaiser fragte leutnant allerdings herr kapitän wie was welchen kapitän meinst du den fregatten kapitän behrte er velard dem ich hiermit herzlich gratuliere er velard begriff nicht eher als bis surkuf ihm seine ernennung ausführlich erzählte aber der eindruck war ein anderer als er gedacht hatte trittst du auch in die marine erkundigte sich der leutnant nein ich kehre nach indien zurück so gehe ich mit ich bleibe bei dir sie mögen ihre fregatte behalten das wird sich schon noch finden übrigens hat mir der kaiser höchst eigenhändig unser prisengeld ausgezahlt lasst sehen wie viel es ist napoleon hatte kaiserlich honoriert und als surkuf sagte dass auch sein prozess bereits günstig entschieden sei verdoppelte sich die freude an welcher holmers herzlich teilnahm surkuf reichte ihm die hand segelmeister sagte er auch deine sache steht gut du wirst heimkern dürfen denn der kaiser will deinen gesucht befürworten der deutsche weinte vor freude und auch die anderen waren gerührt und surkuf gestand heute habe ich den kampf zwischen ehrgeiz und prinzipien treue bestehen müssen der kaiser geht nicht nach england ich glaube vielmehr dass seine rüstung österreich und russland gilt ich sollte dir als kadra im mittelmeer befehligen und habe es abgeschlagen weil ich nur in england den einzigen feind frankreichs erkenne und gegen keine andere macht kämpfen werde so hat er dich im zorn entlassen frug nun erbilar nein sondern in allen gnaden er ist ein großer geist ein gewaltiges genie aber er wird untergehen weil er sein ziel auf einem durchaus falschen weg sucht und wieder am nächsten tage wurde onkel karditen aus seinem gleichmutig gerissen denn es erschienen mehrere equipagen aus denen reich uniformierte herren stiegen sie ließen sich die wohnung surkufs zeigen und eine halbe stunde später erzählte der onkel all seinen gästen dass kapitän surkuf vom kaiser des kreuz der ehrenlegion und einen von kostbaren steinen funkelnden legen erhalten habe welche ehre abermals für die auberge es gab große und größte hotels in denen kein einziger gast den goldenen fünfstrahligen stern und den ehrendegen erhalten hatte eine woche später reiste surkuf nach brest es gelang ihm die engländer zu täuschen um mit seinem falken in see zu stechen berth erbilar ging nur nach brest mit er hatte dem selbstlosen drängen seines bisherigen captains nachgegeben und sich entschlossen das kommando der fregatte zu übernehmen der segelmeister holmers blieb noch kurze zeit in paris bei onkel karditen wohnen bis er dann die erlaubnis erhielt in seine heimat zurückzukehren surkuf hatte dafür gesorgt daß dieser mann keinen not zu leiden brauchte napoleons stern ging unter im jahre 1815 im monat juli in welchem er auf dem belärophon als gefangene nach england gebracht wurde im kanale begegnete er dem ersten dampfschiff welches er sah da wandte er sich am montolon welcher neben ihm stand und sagte im trübsten tone als ich fulten aus den tüllerien wies habe ich meine kaisergrone weggegeben und auf st helena als er von aller welt verlassen und von dem englischen gouverneur hudson low fortwährend auf das bitterste gekränkt eines tages auf der klippe stand und seinen blick nach norden über das meer schweifen ließ legte er dem treuen patron die hand auf die schulter und seufzte jener robert surkuf hat recht england ist mein einziger feind der kühne kapper kapitän wusste den richtigen weg diesen feind zu besiegen und dann glücklich zu sein adieu in paris gelesen von ellie jener schweifen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.